Und dann kam es zu dieser Präsentation und natürlich auch zu der Überraschung, da war auch noch dieser alte Chujaro-Entwurf daneben. Und dann ist der Pi vorbeigelaufen und hat dann diese zwei Entwürfe zum ersten Mal gesehen. Und dann stand da Skoda und die Autos angeguckt und verabschiedet, wurde dann alles verabschiedet, musste ja schnell gehen. Und dann saß er vor diesen zwei Autos, diesem neuen Seat-Gesicht, Nuevo Frontal hieß das, und das Chujaro. Und dann hat er gesagt, hat er die Vorstände von Seat, die waren ja dabei, meine Herren, welches Auto wollen Sie von den beiden, das Chujaro oder das Hildebrand? Welcher Konflikt in diesen Vorständen sein musste, die wussten, Chujaro hat alles, sie hat es gemacht, das ist eine sichere Bank. Und der Chujaro ist befreundet mit dem Pi und Hildebrand kennt keine Sorgen. Und haben sich alle vor das Chujaro-Auto gestellt. Das wollte er. Macht aus Üben. Ne, meine Herren, Sie stehen vor dem falschen Auto. Das hat mir Riesenprobleme gemacht, dass diese Erniedrigungen da kam. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Ahndt. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge und dem zweiten Teil mit dem Autodesigner Gerd Volker-Hildebrandt. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, solltet ihr das jetzt schleunigst nachholen, denn heute starten wir mit seiner Station Seat. Der Marke hat mein Gast ein neues Gesicht verpasst und dazu musste er sich mit seinem Entwurf erst einmal gegen Pi-Ich-Freund Chujaro durchsetzen. Wir reden heute aber auch über Mini, wo er für reichlich Familienmitglieder rund um den Basis-Mini gesorgt hat. Und ihr hört, was er für Erfahrungen in China gemacht hat und wie man dort mit westlichen Talenten komplett neue Automarken aufbaut. Viele Insider-Geschichten aus einem wirklich spannenden Berufsleben. Viel Spaß mit Gerd Volker-Hildebrandt. So, und dann kam Seat, wieder VW-Konzern. Dann war dann wieder Wolfsburg dran. Mir war klar, dass ich da bei 3M, dass die andere Seite vom Tisch nicht so angenehm ist wie die vordere. Und ich war auf dem Genfer Salon. Und Vakus ist in der Zeit gerade nach Wolfsburg, also Pi-Ich wurde Vorstand von, ich glaube, Harnachfolger. Und hat Vakus mitgenommen mit vier Leuten. Der Peter Schreyer, der Erwin Himmel, Lammel, der leider auch gestorben ist. Während der Arbeitszeit sogar, ein kurzer Eingriff. Während der Arbeitszeit in der Mittagspause kam man immer zurück. Also tragisch, sowas. Und dann habe ich mit den Volkswagen-Leuten, Martin Knapp oder wie sie alle hieß, gesprochen. Und die kannte die ja alle. Und mir war klar, dass ich da was Neues suche. Aber ich habe das jetzt nicht aktiv gesucht. Und wie es der Zufall will, hat ja noch mal ein BMW-Dienstwagen von 3M dabei. Und die waren mit dem Volkswagen-Jet dort. Und die mussten zum Flughafen von der Messe. Und das war schon spät. Die Meister machten auch um sechs oder sie hinzu. Und die waren auch auf dem Volkswagen-Stand. Also ich fahre euch hin. Dann habe ich die zum Flughafen gefahren. Und irgendwie während der Fahrt hat, glaube ich, der Vakus gesagt, wie herst du denn mit dir? So fing dann diese zweite, dritte Karriere bei Volkswagen an. Ich war als Praktikant. Dann Diplomarbeit. Und dann Golf. Und jetzt vier. Keine normale Firma wird einen Mitarbeiter viermal einstellen. Wie so ein Boomerang eigentlich. Immer wieder zurückkommen. Wie so ein Boomerang, den man weg wird und immer wieder kommen. Normal redet man sich ja oftmals mit etwas Mohren. Aber wie gesagt, er war Nummer vier dran. Und dann bin ich dann, da gab es dann irgendwann, hat der Martin Knapp, der war der Assistent von Vakus, hat mich angerufen und dann bin ich da hin und dann wurde ich getestet bei einem Bier. Und dann habe ich dort angefangen. Als erste Aufgabe habe ich eine Drahtkappe für ein Polo gemacht. Das ist politisch sehr interessant. Weil macht er auch Drecksarbeit. Welcher Chef, der muss Chef, der ist ja Chefdesigner oder was weiß ich. Nimm eine Radkappe an. Nein, natürlich war eine Radkappe, ist genauso wichtig. Und Radkappen machen mir Spaß. Und dann habe ich, die erste Aufgabe war, Radkappe für ein Polo. Schreyer, mit dem ich zusammen war, der war mein Chef gewesen. Ja, mit dem wurde ich ja eingestellt, war dann schon zurück nach Ingolstadt. In der Zeit von der Bewerbung von Genf bis zum Anfang, ich glaube, Oktober war das, hat ein halbes Jahr gedauert, war dann Chefdesigner von Ingolstadt, weil der Vakus war ja weg und der Jay Mays war auch weg. Dann war die Vakant und dann war Peter weg. Und dann kam Gerd Pfefferle erstmal, der war ja auch so der Chefmodelleur von Audi. Der kam auch als Unterstützung für Volkswagen, weil Vakus hat natürlich seine Truppe neu aufgestellt und umstrukturiert. Und Thomas Ingenland kam auch noch. Die zwei kamen dann noch zusätzlich. Thomas Ingenland ist ja dann Chefdesigner von Volvo geworden, heute CEO von Polestar. Und wir hatten Radkappe und dann war dort der letzte Passat, den hat Schreyer gemacht. Das war eigentlich ein Audi A6, gedacht. Und den hat man mitgenommen als Passat-Nachfolger. Im Prinzip ist es ein Audi vom Obst, wenn man die Sauberkeit der Linien sieht. Das war das erste Projekt, das war schon fertig. Aber der Golf 4 lief da schon. Schreyer hat den Golf 4 entworfen, Vakus Schreyer. War noch nicht fertig, deshalb hat man auch Pfefferle geholt und ich durfte da mitarbeiten. Weil Pfefferle war nicht jeden Tag da, ist auch mittlerweile gestorben. Ja, so geht's. Und der Golf 3 lief ja noch und recht erfolgreich. Aber, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, jeder will einen Golf machen. Und Pfeffer ist erst der Projekt Golf. Der kam nach Wolfsburg und jetzt machen wir einen neuen Golf. Weil das ist das. Das war ein richtiger einen, ne? Bitte? Und zwar einen richtigen. Also mit der Qualitätsanmutung. Der Golf war immer richtig. Ja, aber mit dieser Qualitätsanmutung. Ich finde der Golf 4, das war nochmal ein anderes Problem. Ja, ja klar, weil, nur nochmal größer. Ja klar, aber dann hatte ich auch große Räder. Ja, ja, teures Auto. Aber wenn man es in Maßen herstellt, ist auch ein teures Auto effizient, sage ich mal. Nicht billig, sondern effizient. Aber es geht hier natürlich um das Selbstgefühl. Ich mache auch einen Golf. Das erste Projekt war dann Golf und das hat dann Schreier gemacht. Und war dann aber weg. Und Pfeffer hat es dann weiter betreut. Und ich habe dann an einem Coupé gearbeitet. Gab es dann nie. Zwei-Türches Coupé für eine amerikanische Macht. Wäre ein schönes Auto gewesen. Achso, nebenher lief ja noch der New Beetle. Wurde dann, lief ja noch nebenher als Entwurf. Das war ausgelagert bei einer Ingenieursfirma und war auch zuständig für den. Da wollte ich immer ein Caprio machen. Für den New Beetle 1, für den ersten. War nicht geplant. Aber es gab es einen. Ja, später gab es einen. Aber das war zunächst mal, war das aus politischen Gründen nicht geplant, weil Caprios im Volkswagen-Konzern durfte nur Karmann bauen. Da gab es einen Vertrag. Okay, wusste ich auch nicht. Und es gab Interessen, die dem Karmann nicht noch ein Caprio geben wollten. Deshalb hat man zunächst kein... Zunächst die Pleite von Karmann abgewartet, nee. Nein, 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 nein. Die haben ja dann... Nein, 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 nein. Aber da kenne ich die genauen Hintergründe nicht. Aber das sind dann auch Entscheidungskriterien, wieso, was es gibt. Und dann habe ich mit einem Mitarbeiter, der nachher bei mir bei Coros war, Tim Pilsbury, der von Seat kam und dann später bei Coros war. Und seine Frau bei mir, sogar bei Mini. Also ein All-Familien-Clan. Sogar eine Limousinen-Caprio, damit es kein Caprio ist. Also eine Limousinen-Caprio, wie der Fiat Cinquecento. Oder wie damals die Opel-Kadettes, die Vorkriegskadettes. Die Caprios waren ja immer aufgeschnitten, nur das Dach weg. Und die Struktur blieb, hätte man ja auch machen können, damit man dieses Caprio-Thema Karmann umgeht. Nichtsdestotrotz war dann das Caprio-Karm-Nachung. Aber Golf 4 war dann eben Schweller-Hack. Irgendwann kam dann auch der Piech und sagte, alle Hedge-Autos bei Volkswagen haben das Nummernschild der Stoßstange und nicht oben. Beim Nummernschild oben sieht er wachsen aus, weil du die Höhe betonst, hast aber weniger Platz für das Volkswagen-Zeichen. Und auf so Sachen hat er geachtet. Warum hat der Volkswagen diese Qualität? Jemand, der mit Aluminium-Besteck und Plastikbechern aufwächst, kann sowas nicht. Aber jemand, der aus einer Geschichte und aus einer Familie kommt, die meist nach Porzellan kennt und Qualität bei Türen zu Hause hat, der weiß auch, wie man Qualität in Ordnung bringt. Die Herkunft und diese Doktrinierung auf Qualität kannst du nicht wollen. Die musst du gelebt haben. Da ist was dran. Ich merke ja auch, wo kommen meine Stärken her. Nicht, weil ich mir die angelesen habe oder studiert habe, sondern weil man die irgendwann mal vorgelebt bekommen hat, entweder im Elternhaus oder eben im Laufe der Erziehung, Schule, Bundeswehr, Studium. Aber das ist eigentlich diese Qualität, die da bei Volkswagen war. Und dann auf Winterkorn, der das dann umgesetzt hat, der galt ja dann als Fugenpapst. Aber herkommen tut es von Peace, Wealthy. Ja, da ist auf jeden Fall was dran. Und wenn man so aufwächst, kann man das auch, dann lebt man das, dann muss man das nicht lernen. Das kann man nicht sagen, ich mache jetzt Qualität. Das sagt ja jeder. Jeder behauptet von sich, dass er Qualität macht. Aber da kommt es her. Deswegen ist es, glaube ich, auch oft schwer, sich als Ingenieur reinzudenken, was Königshäuser in ihren Autos verlangen. Oder in Dubai irgendwelche Leute die Stretch-Limusiven kaufen oder sowas und den maximalen Luxus wollen. Das ist ja ein sehr dehnbarer Begriff. Und was die für verrückte Ideen teilweise haben, was sie haben wollen, da muss man aber erstmal drauf kommen. Da gibt es ja noch eine Geschichte. Hooper, der Hahn, war wohl mal in Amerika und flog zurück mit Flieger. Und neben ihm saß ein Engländer, pakistanischer Herkunft, der die Firma Huber gekauft hat. Und der wollte wieder in die Edel. Huber hat ja Karosserien für Bentley und Holzreus gebaut. Es gab einen Huber, Holzreus und weiter. Und der hat die Marke wohl gekauft und hat, jetzt saß er glücklicher oder unglücklicherweise, neben dem Dr. Hahn und hat ihm ein Geschäft aufgeschwätzt. Also hat der Hahn, dem Dr. Hahn, ihm wohl gesagt, wir machen einen Golf und einen Audi. Huber, Huber Audi, Huber Golf. Und der Projektleiter für Huber Golf war ich. Golf 2 war ich damals, im Zusammenhang auch mit Country. Nicht mit Country, Country war Golf 1. Und Dr. Päfken war der Projektleiter von dem Audi-Projekt. Und ich wusste ja nicht, wie hoch der Päfken da in der Hi-Ha-Hie hat mich ja eh nicht interessiert. Und dann wurden die Autos zusammengestellt, entsprechend umgebaut, damit die große Räder draufkommen. Und dann wurden die Autos nach England geschickt. Und der hat die dann selbst umgebaut, dieser Huber. Ich glaube, wir haben sie noch lackiert. Sechs Schichten oder die haben es lackiert. Auf jeden Fall, der Golf kam dann irgendwo zurück. Natürlich in einer ganz, ganz, ganz schlechten handwerklichen Qualität, weil das war eigentlich dann gebastelt. Ich weiß nicht, welches Vermögen der Dr. Hahn dem Huber da bezahlt hat. Wir haben das Auto nochmal neu gemacht. Ja, klar, weil die Qualität musste ja stimmen. So nur zu Zufälle von, wie hoch ist die Qualität und wer kann Qualität und hat es mit dem Könighaus zu tun. Huber ist ja eine Königshaus-Lieferant sicher mal gewesen. Mal gewesen. Mal gewesen, ja. Also es war nur so eine Nebengeschichte. Also Projekte gab es dann auch, ja. Aus irgendwelchen Transatlantik-Flüten. Man muss sich nur neben die richtigen Leute setzen. Ich habe es leider noch nie geschafft. Ist auch so ganz gut gegangen. Genau, alles ist alles gut. Es geht immer gut. Wo waren wir jetzt? Wir waren beim Seat. Beim Seat, ja. Und ich habe dann angefangen. Dann war das Golf 3 Projekt. Dann dieses New Beetle. Dann wichtig war damals dieses Golf 4 Coupé. Da haben wir ein wunderschönes Auto aus dem Wendor. Da hieß er dann nachher Bora. Bora, gab es ja auch schon. Bora-Leuchten und so. Also diese Bora-Entwicklung habe ich noch voll mitgemacht. Und aus dem Bora ein Coupé. Und leider ist das nicht gebaut worden. Weil das wäre nur zwei Türen gewesen. Hätten wir es für das Cabrio, die Tür gehabt. Und Heckklappe und alles hätten wir übernehmen können. Aber es ist dann, der amerikanische Markt hat, aus irgendwelchen Gründen hat das halt dann nicht geklappt. Und dann gab es irgendwann mal ein Meeting für Nachfolger von Skoda, Octavia und Seat Toledo. Diesen Auftrag hatte Giugiaro. Der hat dann irgendwann, klar, lieferte er die Autos ab. Und Pich war ja gut befreundet mit Giugiaro. Da hat er auch mal gearbeitet. Also die kannten sich sehr gut aus vorgeschichtlicher Zeit. Und da stand diese Octavia und dieses hier Toledo in der sogenannten Valhalla. Das war ja dieser Ausstellungsraum von Volkswagen. Die sahen gleich aus. Hätte man das eine in Lada Borislav und das andere in Martorell präsentiert, wäre das keinem aufgefallen. Aber der Pich kam da rein und hat das sofort gesehen. Das sind zwei Autos. Auf der Golf 3 Plattform war das noch geplant. Obwohl schon Golf 4 in Arbeit war. Und die sahen gleich aus. Beide von Giugiaro Design. Beide von Giugiaro war ja Hausdesigner bei Seat sowieso. Und Skoda war ja auch neu gekauft. Aber Giugiaro hat immer für alle Projekte einen Vorschlag gemacht. Als Kollegialität, aus industriellem Verbundenheit und auch aus Talent. Muss man ja zugeben. Also hat der Pich gesagt, wohl, ich war nicht dabei. Aber jeder hat es gesehen, aber er hat es auch gesehen. Und hat scheinbar oder muss wohl dann dem Vakus gesagt haben, wir brauchen zwei Designer. Einer geht nach Skoda und macht da raus in Skoda und einer geht nach Seat und macht da raus in Seat. Weil die Autos waren ja beauftragt. Die waren ja auch technisch entwickelt in so einem gewissen Teil. Ich weiß nicht, wie weit. Aber im Prinzip waren das fast verabschiedete Projekte. Und der Skoda-Designer kam dann von Audi. Dirk van Brackel. Der dann eigentlich aus Skoda eine sehr schöne Marke gemacht hat. Das war der. Und beim Seat-Designer hat man dann gesucht. Und ich habe ja die Gespräche mitbekommen, wer alles gefragt worden ist vor mir. Und alle haben abgesagt. Keiner wollte nach Barcelona. Nicht, weil Barcelona nicht schön ist, sondern weil es natürlich ein Schleutersitzjob ist. Und weil man natürlich alle, will man natürlich Karriere im Mutterhaus machen. Man weiß nie, wenn man ins Ausland versandt wird, wie arm kommt man zurück. Ja, genau. Headquarter ist immer besser. Also konnte ich mir ausrechnen, irgendwann werden die Hierarchie runtergefragt haben. Und ich kannte die ja. Die eine hatte Familie, der andere hatte schon genug Karriere gemacht und war lieber beim Chef oder so. Und dann war dann eines Donnerstags, ist es passiert, wie ich vorausgedacht habe, Willebrand, willst du das hier machen? Und dann habe ich gesagt, ja, Montag. Lehn nie ab, wenn dich weh, man fragt. Und am Montag war ich in Barcelona. Was hat Ihre Familie gesagt? Ich hatte ja, wie immer im Leben, viel Glück. Weil ich leidensfähig war, aber weil ich auch Glück hatte. Erstens mal kannte ich den ehemaligen Chefdesigner von Seat Martinez. Der war schon mal, als ich noch am Golf beim Schäfer gearbeitet habe, als Seat gekauft worden ist, wurde er eingeladen und hat ein Training gemacht, wie deutsches Design geht. Der saß also in Wolfsburg. Alleine. Spanier. Da habe ich gekotzt. Mit dem Wetter. Und ich habe mich um ihn gekümmert. Ja, okay. Hat mir Spaß gemacht. Ich war auch mal, glaube ich, als ich in Spanien im Urlaub bei ihm vorbeigefahren. Also, ich kannte den, obwohl der schon ab, der war abgesägt. Und jetzt hatte ich dieses Angebot und dachte ich, und ich habe eigentlich in Düsseldorf, nachdem ich in 3M war, ich habe mir eine Wohnung, eine schöne Wohnung gekauft, in Düsseldorf und hatte einen Sohn. Wir haben zwar keine Familie, aber einen Sohn. Und Düsseldorf war schöner als jetzt Gifhorn, wo ich dann gewohnt habe. Ja, bin ich am Wochenende sowieso immer nach. Hatte Dienstwagen, hat nichts gekostet quasi. Bin ich am Wochenende meistens in Düsseldorf gewesen. Ob ich jetzt nach Düsseldorf, nach Wolfsburg fahre, oder von Düsseldorf nach Barcelona, ist ungefähr gleich weit. So. Flugdecke. Also, die Frage war nicht. Aber die Frage war, ich mache das, weil das ist eine Herausforderung und wenn es andere nicht machen, dann muss es gut sein. Dann muss man sich, da kann man auch was bewegen. Und dann war ich am Donnerstag, wurde ich gefragt. Und den Koffer, den ich ja am Wochenende von Gifhorn oder Wolfsburg, wo ich gewohnt habe, mit nach Düsseldorf nahm, musste ich ja nicht mehr aufmachen. Der war gepackt. Am Montag war ich dann in Barcelona im Hotel und der Martin, das kannte ich ja, der war noch Mitarbeiter, aber war nicht mehr Designchef. Der damengleitige Designchef wurde wohl entlassen. Auf welchen Gründen, weiß ich gar nicht. Und dann fing das an. Der technische Chef von Seat, Aguilera hieß er, der wollte mich nicht. Also er wollte keinen Fremden da drin. Er wollte das mit Chujaro weitermachen. Das habe ich erst lange später mitbekommen. Ist auch egal, weil das ist eigentlich egal, ob man gewollt wird oder nicht. Ich wurde da hingeschickt, ich wurde gefragt, er hat gesagt, wenn die mich fragen, dann werden die auch stützen. Und das Auto war dann auch schon da, dieses Chujaro-Auto war dann da. Und da gab es eine Designabteilung, da gab es zwei Designabteilungen, zwei konkurrierende Designabteilungen. Es gab nämlich dort auch einen Patrick Ayub, auch ein Freund von mir, Patrick Ayub, hatte in der Seat, in der Entwicklungsabteilung, da gab es zwei Designabteilungen, zwei konkurrierende aus persönlichen Gründen. Und der hatte dann irgendwie geschafft, dort Designchef Nummer zwei oder eins zu werden. und der Klinger ist auch gegangen und mein Vorgänger ist auch gegangen, weil der hat wohl zu hohe Forderungen gestellt oder der Piech und Vakus ließen sich nicht erpressen. Aber gefühlt ist auch egal, weil da gab es zwei Studios und ich war jetzt da mit meinem Koffer. Ja, und dann fing das an, dann bin ich da morgens hoch, dann am ersten Tag, Schreibtisch, zwei Stifte drauf und ein Pock. Und die Sekretärin, Marie Dolores Bueno, ein Goldstück, hat mal in Stuttgart gelebt, Spanierin aus Barcelona, ganz verschüchtert, weil es kommt ein neuer Chef. An alten kannte sie oder so. Ja, wir haben nichts, wir haben kein Büro, wir sind eine Arbe-Firma. Gerd, wir sind eine Arbe-Firma. Sollte ich sagen, machen wir jetzt eine Reiche draus. Und dann hat dieser Schreibtisch und dieser Block Papier und hinter mir war ein Fenster, da hat es immer reingeregnet, also da war sogar ein Loch in dem Fensterbrett durch das tropfende Wasser. Spanische Qualität, regnet es ja auch nicht so oft. Also auf jeden Fall, dann fing es an und dann fing man mit dem Auto an. Und dann waren ja zwei Teams da, die eine Team von einem Studio und das andere. Und dann fing man an und dann haben wir das schon mal konsolidiert. Ich bin da ja immer blauäugig drangegangen. Habe im Hotel gewohnt, Hotel Moritz, so wie mein Sohn. Hatte dann auch einen Bandscheibenvorfall, weiß auch nicht, und habe dann auch körperlich gelitten für ein paar Wochen. Lag dann eigentlich abends immer im Kistenbett und morgens will ich da auch ein Seat Ibiza, GT oder wie die hießen, Cupra, Rennrakete. Und habe mir immer ein Hotel gesucht, wie es mir gefiel. Sea Jazz. Ich hatte keine Wohnung, mir besorgt. Hotel. Hotel. Weil ich auch viel in Wolfsburg natürlich war hin und her. Und am Wochenende bin ich mit Finnair für 120 Mark nach Düsseldorf geflogen. Ob ich jetzt für 80 Mark Spritkosten Wolfsburg-Düsseldorf fahre, mit vier Stunden. Ich habe direkt am Flughafen geholt in Düsseldorf. Meine Sekretärin hat mich zum Flughafen gebracht. Dann hatte ich das Auto und dann hat sie mich wieder abgeholt am Montag. Also alles gut. Und Barcelona kann mir auch mal ein Wochenende verbringen. Das denke ich. Aber immer mal geguckt, wo kannst du. Immer mal wieder ein Hotel. Dann Sieges natürlich. War ja auch das Europa-Studio. Da war ja noch ein Design-Studio. Das war ein Konzernstudio, das in Sieges war. Das wurde vom Airbnb-Himmel geleitet, das für alle Marken gearbeitet hat. Und so fiel das an. Und dann habe ich zwei, drei Skizzen gemacht. Ich wollte eben, als Alfa-Rom hat mich immer fasziniert. Mit diesem Scudetto da vorne drauf. Und das ist eigentlich, das habe ich dann, ich habe BMW und Alfa-Rom kombiniert auf dem Seat-Gesicht. Weil das Schu-Chau-Reinwurf hatte kein Gesicht, sondern hatte nur diese Standard-Grill, wie halt alle Seats hatten vorher. Und das ist das Wichtige gewesen, dem Seat ein eigenes Markengesicht in diesen ganzen Markenverbund zu geben. Skoda hat was Eigenes. Skoda hat ja, der Dirk von Brackel hat dieses Rolls-Royce-Gesicht gemacht. Richtig, genau. Dieses Chrom-mäßige. Im Prinzip, der Grundkörper war ja fertig, die Türen waren entwickelt, Jets immer bei beiden. Die waren auch ähnlich. Er hat eh nicht gedacht, dass er das Projekt kriegt. Sie haben diese schmalen, horizontalen Linien gemacht mit den eingelassenen Scheinwerfern und dann dieses steilstehende in der Mitte. Also er wirklich das typische... Vertikal heißt maskulin und horizontal heißt dynamisch. Das typische Seat-Gesicht, was wirklich... Es wurde nachher jetzt verbassert, man hätte mit dem Gesicht noch nicht mehr machen können, aber das war Nachfolger, da kann ich jetzt nicht drüber urteilen. Aber die Idee war Alfa südlich, Alfa Romeo, dieses kleine Gesicht, weil viele Themen gab es ja nicht mehr. Die BMW-Niere war schon weg, weil es sehr gut war. Und diese Kombination aus erotischem Dreieck von Alfa Romeo, das ist ja nichts anderes als eine weibliche, erotische Signal-Dreieck. Deshalb ist es so ansprechend. Varios Psychologie ist noch ein ganz wichtiges Thema, dessen Designer verstehen muss, Beliebigkeit ist immer falsch, man muss schon ein bisschen was denken. Und diese horizontale Dynamik mit den eingegliederten Seitenleuchten und dann obendrauf auf der Haube ein Blitzer. Das war eigentlich... Und unten ein neutrales, sauberes Gesicht ohne gequollene Mäuler oder so, sondern ein in sich geschlossenes Bild, das alles aufnimmt. Und dann, was ich dann beim Piech gelernt habe, was eigentlich heute auch viele nicht mehr lernen, man darf keinen Auspuff sehen, wenn man im Auto hinterher fährt. Er hat ja auch bei Dieselautos den Auspuff ganz wegfallen lassen, indem man innen versteckt hat. Abschlepphaken oder solche Lösungen sollten integriert sein. So habe ich ihn verstanden. Also der CR Toledo Leon, an dem ich arbeiten durfte, hat ja vorne kein Abschleppöse, keine sichtbare. Hat natürlich einer, die hinter einem Teil des Grills so versteckt ist, dass es Teil der Grafik ist. So Sachen ist eigentlich Piechschule und Vakusschule. Warum macht der keine Auspuffrohre? Weil das hat er auch zum Beispiel Die Diesel verschmutzt, Diesel schmutzig und dann die Grünen gab es damals schon. Schon helsärisch unterwegs. Ja, ja, ja. Ein Held. Man kann, ich achte ihn, die Piechschule, wer durch die Piechschule ist, der... Ja, wobei ich glaube, manchmal braucht man das dann ja doch. Nehmen wir jetzt mal den Fäton. Der hat ja ganz klar diese vier quadratischen Auspuffrohre für den 12 Zylinder. wenn es dann zum Signal wird, ja. Aber wenn ein normaler Dieselauspuff bei einem Polo oder bei einem Golf ist, das kann man zwei Dinge machen, man steckt einen falschen drauf, einen großen, fetten Fallus. Was heute jeder macht, leider. Oder man lässt ihn weg. Auf jeden Fall, genau wie er das Nummernschild nach unten gelegt hat, damit er oben das Logo hat, sind diese Dinge, die diese... Oder dass man von hinten nicht in den Aufnenauspuff guckt, das kann man heute bei vielen Autos wieder, auch Nachfolgeautos, die ich gemacht habe. Man soll einen Auspufftopf nicht sehen. Da muss man halt den Stoßfänger oder sonst das so verlängern. Oder teuer den Auspuff gestalten, wie zum Beispiel bei... BMW bei den M-Modellen zum Beispiel die Vier-Auspufftopf? Ja, nein, nein. Den Topf, nicht die Rohre, sondern die Unterwäsche. Ah, okay. Wenn du dem Auto hinterher fährst, siehst du entweder, da siehst du die Arme von der Achse und den Auspufftopf, der dann rostig ist oder billig gestaltet, gewickelt und so. Der Cayenne hat einen geprägten Auspuff, der Teil der Gestaltung ist. Dann ist es gültig, dass die Gestaltung auch beim Auspuff weitergeht. Später habe ich alle Unterböden von Autos entworfen. Für mich sieht keiner höchstens, wenn er überfahren wird, oder das Eichhörnchen. Aber das kostet dich ja nichts. Dass du... Auch beim Chef habe ich damals fing, das gab es einen Mann, der hat nur Motorraum gemacht. Damals war Motorraumdesign kein Thema, weil Geld... Es fing an, mit Kabel sauber verlegen, dann die Deckel einheitlich farblich zu machen. Also der das gemacht hat, der hat auch einen schweren Stand gehabt, aber das fing an, gesamtheitlich ein Auto zu entwerfen. Nicht nur schön machen, sondern auch funktional und einheitlich. Und wenn man die Motorhaube aufmacht, dass man da ein Logo hat und deckt, das ist nicht natürlich, dass das heute überall ist. Das hat Hamler-Gay angefangen bei Porsche und mit dem 968. Ja gut, das war natürlich eine andere Preisklasse. Das stimmt. Neben dem Fugien-Bild bei Volkswagen, das eigentlich von Opel kommt. Opel war Vorbild bei dieser 3,5-Millimeter-Fuge. Opel hatte die zuerst. Da stand der Opel immer daneben. Aber der Rest, diese Abschleppöse, nicht in die Unterwische gucken, Auspuff. Das war Piech und Markus. Diese Autos haben das alles sauber. Dass Dinge, die eh gebaut werden, muss man in der Maschine bauen, kann man es auch gleich richtig machen. Und dieses Perceived Value, dieser unterschwellige Qualitätsanspruch, ist ja das Wichtigste bei einem Menschen, bei allem, was man hat. Und das habe ich versucht dann bei Seat. Interessant, ja. Also, erstmal aufräumen. Alles, was nicht dahin gehört, mal weg, weil alles, was weg ist, ist auch schön, weil es nicht da ist. Und was, glaube ich, speziell bei Seat, Skoda, Audi, VW schwierig war, ist, weil die Autos ja alle unterschiedlich bepreist waren, trotz allem die Armaturenbretter, Knöpfe, Schalter, sowas alles zwischen den verschiedenen Marken zu verteilen, ohne dass man sagt, der Audi wird entwertet, wenn man die gleichen Cockpits im Seat findet. Und andersrum sollte es ja auch nicht stattfinden. Aber trotzdem haben sie es ja gemacht, also Lenkrad, Schalter und irgendwas. Ja, aber zum Beispiel die Schalltafel von Audi hätte in den Toledo gepasst, aber Audi hat es nicht erlaubt. Da muss man eine eigene machen. Weil natürlich markenübergreifend Differenzierung, erstmal die Medien hier, die Journalisten, das merken und dann der Kunde natürlich für ein teures Auto und nicht auch eine billige Schatten, weil dann würde sagen, die Schalltafel ist ja vom Seat, man würde es ja da negativ auslegen und nicht sagen beim Seat, der hat eine Audi-Schalltafel. Also die Differenzierung in den Marken, gerade bei so einem Multi-Marken-Konzern wie Volkswagen, ist natürlich schon eine Kunst. Das hat ja auch funktioniert, die Positionierung der Marken auch im Preissegment. Natürlich auch durch unterschiedliche Herstellungskosten. Spanien und Tschechien hat natürlich andere Lohnstrukturen. und dann war ich da bei Seat und dann wurde Seat geschlossen. Es gab Gelder von der EU zur Unterstützung von dem Entwicklungszentrum, die hat die EU zurückgefordert. 178 Millionen oder so. Gibt ja für alles Geld heute, 10 Milliarden für Intel und 5 Milliarden für Tesla und 10 Milliarden. Heute ist es ja, wird ja nicht mehr in Millionen geregnet, sondern in Milliarden. Wer über eine Million redet, ist ja eine arme Sau. Also die EU wollte 100, glaube ich, 178 Millionen Euro zurück, aus irgendwelchen Gründen, weil die Subventionen nicht für das ausgegeben worden sind, was die wollten. Ich kenne die Hinterkammer sicher nachlesen, aber hat mich nicht interessiert. Nur so weit hat mich interessiert. Mein Job war weg. August, welches Jahr das auch immer war, hat dann der Piech nämlich die Entwicklungsabteilung zugemacht. Er hat gesagt, wenn ihr uns das Geld nehmt, entwickeln wir keine Autos mehr in Spanien, machen wir alles dicht. Drei Tage hat er, glaube irgendwie zur Debatte gestellt. Jetzt hatte ich zum Glück auch Freunde im Leben, es gab also so eine Idee, so eine Plastilin-Modellbau, Firma und Röcker in Barcelona. In Barcelona hat auch eine recht gute Design, Werkstattstruktur. Und jetzt stand jetzt mein Auto mit halbem Alpha-Grill, BMW-Grill, also mit einem Seat-Gesicht. Zwei Radstände, war auch noch nicht klar, Radstand ist immer ein Thema, das Geld. Und man will auch da nicht im Konzern die Autos kannibalisieren in der Größe. Und dann hatte ich diesen Ideamann angerufen, hast du Platz? Und am nächsten Tag waren die Autos bei Seat draußen. Und dann wurde die Entwicklungsabteilung zugemacht. Juli, August, September. Oktober, weiß ich es nicht. Ja, krass. Aber ich hatte das Auto da draußen und habe dann dort weitergemacht. Gehalt wurde ja von Volkswagen bezahlt. Achso, und Sie waren nicht entlassen, sondern Sie... Nein, nein, war nicht entlassen, aber dadurch, dass praktisch durch diese Streitigkeit in der Subventionen die Entwicklungsabteilung zugemacht wurde, nicht von der EU, sondern der hat sich nicht ärgern lassen. Er hat gesagt, wenn uns das Geld nicht geht, mach mal zu. Ja, der hatte auch Mut und Charakter, der hat sich da nicht... Ich mag gar nichts heißen. Er hat immer so eine Hildebrand, du entwirfst Autos, aber die werden eigentlich in Brüssel entworfen. Die Gesetze werden in Brüssel gemacht und du musst dich daran halten. Überbewertet deinen Job nicht. Die Gesetze kommen woanders her. Das war der geredet, eigentlich im natürlichen Ton, wenn er mit vier Augen zu bauen, noch zu Pich zurückzukommen. Bevor ich da... Ich war dann schon bei Seat, aber der... Pich hat sich immer, Dr. Pich hat sich immer die Leute, die ihm ins Ausland verschickt worden ist, persönlich angeguckt. Wenn die nach China gingen, Südafrika... Die hatten ja überall Werke und er wollte wissen, wer sitzt für ihn dort, dort und dort. Und da gab es dann, ich weiß nicht, einmal im Monat oder wohl einen regelmäßigen Termin im Brotehof. Das ist das Hotel von Volkswagen in Wolfsburg und da haben sich die Fremdversender, die Experts vorgestellt. Da saß man wie beim Zahnarzt auf einer Reihe und der Harz, Dr. Harz, war der Personalchef, Personalvorstand. Der hat dann zitternd die Leute reingerufen und dem den Bich vorgestellt. Ich saß am Schreibtisch, und dann musste da jeder rein. Und dann ist er wieder rausgekommen und was immer da besprochen. Hatte auch eine Mappe vorbereitet mit meinen Design-Ideen. Ach, Hildebrandt, der Warkus verschickt Sie. Da brauche ich nicht mit Ihnen lange sprechen. Das ist dann wohl in Ordnung. Ja, also da war das Vertrauen zwischen diesen beiden war ungestört. Da war ich halt mal in der Woche oder ein paar Tage in Wolfsburg. Und dann haben wir die Autos, also Toledo und Leon waren diese beiden Autos, das ist ja selbe Autos, eine ist ein Fliesek und ein dann Heck. Und gleich, Tür gleich, nur Heck gleich. Dort unten bei IDEA gebaut. Ohne, ich weiß gar nicht, Budget oder so, oder meine Sekretärin das organisiert hat, oder wie ich das, es muss ja bezahlt werden. Ich konnte ja nicht einfach rausgehen. Das war ja ein Auftrag. Aber wir haben sehr viel dort mit externen Dienstleistern gearbeitet, sowieso in der Autoindustrie. Und es war natürlich heiß da drin, es war keine Klimaanlage, es war in so einer Franka, in so einem Backsteingebäude. Aber die Autos wurden fertig gemacht. Und die Modelleure, die hatte ich viele englische Modelleure auch bei SEA, dem Werk oder dem Martorell-Inventor-Dekoszentrum, waren dann da mit. Und dann waren die Autos nach dieser Krise zwei, drei Monate fertig. Was Vorteile hatte, weil da hat mir keiner reingeredet, was natürlich politische Nachteile hat, Du musst natürlich die Leute, Dein Chef und Deine Kollegen, Entwicklungskollegen mit aufs Brot bringen. Was halt nicht ging. Weil in Spanien machen alle auch im August Urlaub. Und dann war noch die Entwicklungsabteilung zu. Also sind dann irgendwann diese fertigen Autos nach Wolfsburg zur Präsentation gekommen. Alle Marken, da gab es dann, Piech hatte dann einen sehr großen Marken, den ersten großen Aufschlag mit all seinen Autos, die er gemacht hat, Volkswagen, Seat, Audi und Skoda. Da haben wir die Autos auch gefahren. Und dann wurde dann Teppichboten in die Designabteil, in diese Werkstätten gelegt. Das wurde auch Wohnzimmer mäßig gemacht. Und die Agentur, die das gemacht hat, Zebra Design, weiß ich noch wie heute, die kannte ich auch vom Messebau. Und ich habe die ganze Nacht alles, was die an Material hatten, an Holzplatten und Sperrenholzplatten und Farbe, verbauen lassen. Also aus dieser Designabteilung, die einen sehr industriellen Charakter hatte, ein Wohnzimmer. Was dann auch Verkleidung von Aufzügen mit Platten, aber so funktional, dass man das dann blieb, nicht, dass man es abreißen musste. Und da habe ich dann in der Designabteilung, glaube ich, in einem Audi 100 geschlafen, die Nacht über. Nach Barcelona konnte ich ja nicht zurückgehen. Und dann kam es zu dieser Präsentation und natürlich auch zu der Überraschung. Da war auch noch dieser alte Tucciaro-Entwurf daneben. Und dann ist der Pi vorbeigelaufen und hat dann diese zwei Entwürfe zum ersten Mal gesehen. Möglicherweise hat er die schon vorher gesehen, weil die laufen ja auch heimlich dann abends rum. Oder es wird berichtet. Das weiß ich. Für mich hat er das zum ersten Mal gesehen. Und dann stand da, dann hat Skoda und hat die Autos angeguckt und verabschiedet. Wurde dann alles verabschiedet? Musst ja schnell gehen. Golf 4 war fertig. Und dann saß er vor diesen zwei Autos, diesem neuen Seat-Gesicht. Nuevo Frontal hieß das. Nuevo Frontal. Das Spanisch habe ich dann auch gelernt. Und das Tucciaro. Und dann hat er gesagt, hat er die Vorstände von Seat, die waren ja dabei. Drei oder vier. Ich möchte jetzt keine Namen nennen. Meine Herren, welches Auto wollen sie von den beiden? Das Tucciaro oder das Hildebrand? Also den Namen hat er nicht genannt, aber es waren zwei Autos. Und allen war ja klar, welches Auto das ist. Jetzt, welcher Konflikt in diesen Vorständen sein musste. Die wussten, Tucciaro hat alles, sie hat es gemacht. Das ist eine sichere Bank. Und der Tucciaro ist befreundet mit der Bich. Und Hildebrand ging keine so. Dann haben sich alle vor das Tucciaro Auto gestellt. Das wollte er. Macht ausüben. Ne, meine Herren, Sie stehen vor dem falschen Auto. Das hat mir Riesenprobleme gemacht, dass diese Erniedrigung da kam. Aber auf jeden Fall, das Seat Gesicht kam dann durch. Und die Schwierigkeiten begannen natürlich mit Umsätzen und so weiter. Und so war das dann passiert. Dann bin ich, als die Autos fertig waren, habe ich, glaube ich, noch am Facelift von Ibiza gearbeitet. Und die Arbeiten gingen dann aber alle nach Europa. Europa-Studio, es gab so ein Design Center Europe für den Gesamtkonzern. Und die haben dann die Autos fertig gemacht. Und ich kam zurück und habe am T6 gearbeitet. Ganz überzeugt. Wieder zu meiner alten Heimat. Wieder. Ja, schon wieder. Genau. Hat Sie sich in der Zwischenzeit viel verändert von der Arbeitsweise bei VW oder von der Art, wie Sie es kannten in diesen verschiedenen Epochen, die Sie bei VW erlebt haben? Klar, natürlich ist immer alles abhängig von den Vorgesetzten und von den Kollegen, die sich dann auch natürlich im Laufe der Zeit ändern. Aber natürlich auch Technologien, jetzt die ganze Kass-Geschichte, das fing ja an, dass man Felgen auf dem Computer entworfen hat, bis dann diese Alias und Sachen auch in die Karosserie-Baugaben, dass man dann später, wenn ich jetzt vorausgehe, bei Koros haben wir alle Autos auf dem Computer gemacht, parallel. Weil man einfach von der Distanz und von den Werkskapazitäten, also und heute weiß ich von Freunden, dass zum Beispiel KI, du sagst einfach KI-Felge, 5 Loch, 17 Zoll, was weiß ich, Einpresstiefe, Aluminium gefräst, gibt es ein paar Faktoren ein und dann schmeißt dir der Computer 10 Felgen raus. Also KI hat schon Einzug gehalten in den Entwurfsprozess. Also es wird eine schwierige Zeit werden für Designer vom Arbeitsplatz her, nicht vielleicht für kreative Köpfe, die das steuern und strategisch machen können und Entscheidungsprozesse beiführen können. Aber für das Handwerkliche, eine Felge kannst du heute, sagen wir mal, 10 Felgen Entwürfe, die du ja händisch sonst hättest machen müssen, kannst du heute eingeben und dann sucht er aus, KI ist ja eigentlich ein dummes Programm, das ist ja nur ein Sammelprogramm aus bestehendem. Der klaut an, wie Italien. Ja, der klaut, aber er mischt. Und wenn, ich weiß nicht, wie weit man dann auch dann Charakterzüge eingeben kann, wurstig-englisch oder so, das war meine Tonlage, bei mir machen wir wurstig-englisch-sportliche Felgen, da weiß jeder Designer, was ich meinte, ob man das dann auch einem KI so geben kann, aber kann man sicher. Ich habe mal ein paar, ich habe jetzt zwei, drei Versuche machen, ich habe selbst das Programm nicht gekauft. Mal Rede schreiben lassen, mal was über Hildebrand schreiben lassen, fehlerhaft, weil es gibt noch einen Gerd-Hildebrand-Designer in Berlin, also da wurde ich dann reingemischt, und eben Porsche im Sand, Rallye-Porsche im Sand, und das spuckt er dir in Sekundenbruchteilen aus. Also das Programm lebt da von dem Existierenden ab, aber das Internet ist ja voll von Daten. Und wenn ich auch eine neue Felge mache, mit der Hand, basiert es ja in meinem Kopf, auch auf Bekannten. Plus Randbedingungen, die nicht zu ändern sind, Lochkreisbild, fünf Schrauben, vier Schrauben, Diameter, also das Maß, Ventil, also sagen wir mal, an der Felge ist ja auch schon mal zu 80 Prozent determiniert von von technischen Bedingungen, von Straßenverkehrszulassungsordnungen, Einpresstiefen und Marke. Natürlich mal, Audi hat ja lange mit diesen Löchern oder mit den Speichen gearbeitet, Alpha mit den Löchern, deshalb wollte ich bisher immer auch Lochfelge, Lochdesign machen. Dann kannst du das schon einschränken, dann spuckt dir dieses Programm Sachen aus, für die du wahrscheinlich mit dem Design-Team Geld und Zeit verbraucht hast. Also kann durchaus auch, ist eine Arbeitserleichterung, Entscheidungserleichterung. Wie gefährlich es ist für die Kreativität, weiß ich nicht. Ich bin ja nicht mehr im Prozess. Aber naja, gut, also das wird dir schon ganz schön einheizen. Ja, ja, absolut. Wenn ein Chef sitzt und sagt und hängt auf einmal KI-Felgen mit auf und dann stehen da fünf Designer und alle finden die KI-Felge am schönsten. Das wäre ja egal, was schlimm ist, wenn der Chef dann selbst entwerfen kann. Das war ja immer unsere Angst als Designer, weil das wollte natürlich vorstellen. Und Chefs, jeder will ja Vater eines Kindes sein, ja, Vater eines Aus, habe ich gemacht. Deshalb versuche ich diesen Satz so wenig wie möglich zu verwenden, habe ich gemacht, ist immer das, was ich nicht höre, was man nicht hören will, sondern mindestens haben wir gemacht, ja, oder es wurde gemacht. Und damals schon, als wir Alias und diese ganzen Computerprogramme hatten, hat man immer unter Designer gesagt, zeig nur nicht dem Vorstand XY, wie das funktioniert, sonst macht er selbst. Jeder will am Ende seinen Strich hinterlassen, seine Vaterschaft. Ist ein ganz natürlicher, beim eigenen Kind möchten wir ja auch sehen, dass es von einem selbst ist, ja. Aber diese KI könnte dazu führen, dass ich da, wenn er seinen Vorstand, seinem Sohn, kurz vorm Abitur sagt, machen wir mal zehn Felgen mit den und den Bedingungen. Dann kann der das. Und dann kann der zum Designchef gehen oder zum Designer, ich möchte die und die Felge, setz mir die um. Aber die sind ja auch da, die haben ja auch 3D-Programme, die sind schon umgesetzt. Also es kann hochgefährlich sein, weiß es nicht. Wenn man natürlich die Eingabe im Programm so spezifisch macht, dass sie nicht kopierbar ist, indem man sagt Porsche Charakter oder analog 911, 9, 62, was weiß ich, dass man das dann markenspezifisch, dann kann man das auch, dann wird das auch eine spezifische Felge, die dann einfach zu dem Auto passt. Also auch hier wieder ist dann die Kreativität der Eingabe wichtig. Also wie wenn er eine Uhr machen lässt auf KI. Wenn du sagst Uhr, macht er dir eine Uhr. Wenn du sagst, aber analog Rolex, GNT, 2, grün und so weiter. Je mehr du spezifizierst bei KI, je mehr kommt auch ein präzises Ergebnis raus. Aber beim Briefing beim Design ist es genauso. Das ist mir auch gut Briefing. Aber ich bin kein KI-Spezialist. Ich habe jetzt nur die ersten Anfänge so mitbekommen und die ersten Diskussionen. Und es gibt schon super Design-Entwürfe, auch Exterior-Design-Entwürfe. Ist halt dann so. Man hat Designer gab es vor meiner Zeit wenig oder kaum. Das meiste Design wurde ja damals von Konstrukteuren und Ingenieuren gemacht. Auf jeden Fall im deutschen Automobilbau. Sako war ja Vermessungsingenieur im Prinzip und gar kein Designer. Styling kommt ja aus Amerika. Harry Earl in den 20er Jahren. Ist jetzt 100 Jahre alt. Ob es nochmal 100 Jahre alt in der Form? Ganz sicher nicht. Denn selbst in meiner Zeit hat sich der Beruf so stark gewandelt, dass er sich sicherlich auch in nächster Zeit noch stark wandeln wird. Ja, auf der anderen Seite gestaltet werden muss ja alles. Also von daher Designer braucht man, aber wir haben recht, ob die dann irgendwann nur noch eine KI programmieren oder das möglich spezifizieren oder ob sie auch wirklich noch einen Stift schwingen. Ich meine beim Autodesign war natürlich die Gestaltung immer interessant, weil es das komplexeste Teil ist. Aber bei Kameras oder bei Dingen, die weniger komplex sind oder Kaffeemaschinen, wird es natürlich schon schwierig zu differenzieren. Man will ja differenzieren, um einen höheren Preis zu bekommen. Man designt ja Firmen, die seien nicht aus Spaß oder aus Gefallen am Kunden, sondern dass sie differenzieren zum Produkt und den Wettbewerbsvorteil haben oder billiger herstellen können oder nicht mehr reparierbar sind, welche Faktoren es auch immer sind. Nur dadurch haben wir heute mit 60, 70, 100 chinesischen Firmen und auch eine Profilierung der europäischen Marken zur Ausweitung ihrer Produktpalette. Tausende von Autos, die sie ja nur noch marginal unterscheiden können, weil je mehr Produkte es gibt, je gestaltähnlicher werden sie auch. Immer mehr im Windkanal, der glättet nochmal einiges und die Gesetzgebung. Und die Gesetzgebung. Aber auch natürlich der Zeitgeschmack und heute eben die Möglichkeit, ein Auto viel schneller entwerfen zu können, weil es nicht mehr mit der Hand machen muss, wie wir bei Opel. was ich am Anfang erzählt habe, sondern dass du heute durchaus könntest du als Einzeldesigner am Küchentisch, wie Michelotti früher, der hat das auch am Küchentisch gemeint. Michelotti hat zu Hause am Küchentisch die Autos entworfen, die berühmt sind für ihn. Der hatte kein eigenes Studio groß. Kannst du das auch zu Hause? Könntest du theoretisch? Und beim Heimarbeitsplatz während der Corona-Zeit haben die Designer zu Hause gearbeitet. Also beweist sich, dass es geht. Wie es dann wirklich geht, Umsetzung, Prozess, menschliche Nähe, Umsetzung, Werkstatt oder so. Aber das Horror-Szenario wäre, alles geht automatisch. Man braucht keinen Mensch mehr. Von der Skizze bis zum Prototyp. Und die Tendenz ist ja billig da. Je weniger Menschen da arbeiten, je billiger wird es theoretisch. Nur je weniger Kunden habe ich, die sich das noch kaufen können. Ich wollte gerade sagen, und die Menschen müssen irgendwie beschäftigt werden. Es werden immer mehr. Nur Henry Ford hat es begriffen. Er hat gesagt, ich höre den Wohlstand meiner Mitarbeiter, dann können die auch meine Produkte kaufen. Die Produkte wurden immer billiger, von 800 Dollar auf 100 Dollar, glaube ich, weiß nicht genau die Zahlen. Und die Mitarbeiter haben immer mehr verdient. Und damit hat er sich seine eigenen Kunden geschaffen. Und das Risiko haben wir in der heutigen Wirtschaftssituation, dass die Gier größer ist als die Vernunft. Da ist was dran. Sie haben noch eine interessante Sache bei VW gemacht. Sie haben nämlich dieses Joint Venture mitkoordiniert zwischen VW Charan, Seat Toledo und Ford Galaxy. Seat und VW, mag sein, aber der Galaxy ist natürlich eine externe Marke. So was macht auch Spaß, oder? Ja, das war auch so ein Piechprojekt. Das habe ich fast ganz vergessen. In dieser Zeit, wo ich da bei Seat dann zurückkam, war ich ja in der Nutzfahrzeug, ging ich zu Volkswagen Nutzfahrzeuge. Die gab es aber nicht als einzelne Marke wie heute, sondern das fing dann gerade an. Wir waren ausgegliedert in ein Ingenieursbüro. Da wurden dann auch die ersten großen Lastwagenhäuser, Kabinen für Brasilien gemacht. Und da war Gordon Wagner, war mein Mitarbeiter, der Chefdesigner von Mercedes. Der saß neben mir. Ich kam zurück aus Seat und kam zu Nutzfahrzeugen mit dem Herrn Seidel. Der hat alle Transporter T4, T5 und T6 war ich dann dran. Und das war dann meine Aufgabe, T5 als Hauptprojekt. Aber auf Überraschung, Überraschung wie immer, gab es wieder ein Nebenprojekt. So etwas wie früher, hat man, hat Designer immer. Also die Zusammenarbeit zwischen Ford und Volkswagen war ja, Auto Latina in Portugal gab es ja das Werk, wo Charan und Galaxy gebaut worden sind und Alhambra. Und Alhambra hatte ich auch beim ersten Projekt mit meiner Radkappe, beim Vakus, habe ich dieses erste Gesicht, Seat-Gesicht gemacht vom Alhambra. Das Seat-Gesicht war nichts anderes als das Logo vorne und hinten eine Angleichung an diesen Hundeknochen von Seat. Also der erste Alhambra war ja auch Charan und da wollte auch die Marke natürlich diversifizieren. Und Seat wollte eben auch Charan haben. Die waren ja alle baugleich, da gab es ja kaum Unterschiede. Da gab es Heckleuchte und vielleicht Frontgrill oder zwischen Ford und so weiter. Aber was damals, was wohl in der Abmachung stand, dass jede Innovation oder Optimierung der Fahrzeuge von Ford und von Volkswagen die Marke jeweils ein Jahr exklusiv hat. Nehmen wir an, Volkswagen baut einen 5-Zylinder-Diesel ein mit einem 17-Gang-G-Truck-Getriebe. Dann darf Volkswagen das ein Jahr exklusiv haben, damit sie natürlich für den Westen einen Vorteil haben oder einen Gegenwert. Blü-Value, Plus-Value. Und dann wird es vereinheitlicht. Nach einem Jahr darf dann auch der Partner dasselbe benutzen und auch vertreiben. Und so war diese Abmachung. Also ging es um ein Facelift. Das erste große Facelift von dem Charan Toledo, der ja sehr generisch optisch war. Das haben wir sehr weich gezahlt, sehr feminin von seinen Dings. Aber ein erstes Auto in dieser Fanklasse für Europa. Das war ja auch recht erfolgreich. Und wie ich hatte dann, ich wurde, war gut. Meine Aufgabe war dann, das Facelift von der Volkswagen-Seite zu betreuen. Und von der Ford-Seite war es der Wolfgang Gottschke, der Sohn von Walter Gottschke. Der war bei Ford-Designern. Und James Hope, ein Kanadier. Die zwei mussten, das Volkswagen-Projekt war dann in Wolfsburg angesiedelt. Also nicht in Köln. Und dann das Charan, das Werkstatt, Umbau und Design war in Wolfsburg. Und die Ford-Leute kamen dann und wohnten dann da. Und da hatten wir viel Spaß. Wolfgang kannte ich schon früher. Von Gokard fahren oder von was weiß ich wo. Der hat im Art-Center studiert und da hatte ich ihn mal auch angeschrieben, als er dort studiert hat, wie es dort ist. Weil ich wollte ja auch eventuell ans Art-Center und bin dann nach London gekommen. Weil Sponsorship war einfacher als selbst zu bezahlen. Und habe ich damals schon mit ihm geschrieben, ohne dass ich ihn kannte. Also er war Projektleiter für den Galaxy und ich für den Charan. Und James Hope war der Designer mit dabei. Dann hatten wir die Differenzierungsumfänge festgelegt. Türen blieben ja gleich. Aber Heckleuchte und Fronthaube, Kotflügel, Stoßfänger wurde geändert. Und die Volkswagen-Seite halt strenger mit diesen Einzelrundscheinwerfern, die ich auch beim Golf gab, beim Golf 4. Also diese Präzision, diese Vakus-Präzision. Und dann die Heckleuchte auch. Und das Dashboard. Aber mit dem Dashboard hatte ich persönlich nichts zu tun. Das hatte dann die Interior-Abteilung gemacht. Von mir. Ford hat ein eigenes Interior gemacht. Gestalttafel. Und eben Front. Und wir haben zusammen gearbeitet. Also wir wussten, was wir machen. Ich kann mich noch erinnern. Wir sind dann mal nach, weil diese Ford-Volkswagen-Kooperation zu einem Fußballspiel. Winterkorn war ja Fußball-Freak. FC Wolfsburg. Und der Ford-Chef, der war Vorstand vom FC Köln. Ach Gott, das auch noch. Ja, ja, ja. Und dann war, ich weiß nicht, mich hat ja Fußball nie so interessiert. Außer wenn ich selbst gespielt habe und meine Knochen hingehalten habe. Aber zuschauen war jetzt nicht so meins. Oder dass ich jetzt einen Klub verfolge oder so. Und dann bin ich mit meinem, ich hatte ein Audi Cabrio. Das habe ich heute noch. Das habe ich dann auch mitgenommen. Ich habe immer meine Autos bereitet. Und bin dann auch zu dem Fußballspiel da in das Müngersdorfer Stadion oder so. Und da war es dann die Ford-Truppe und die Volkswagen-Truppe vereint und hat das Spiel, ich weiß gar nicht, wer gewonnen hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war schon neulich in die Tiefgarage von diesem Müngersdorfer Stadion oder in die Garage gefahren bin, wo dann da Winterkorn gesagt hat, Mensch, Hildebrandt, du fährst ein weiches Auto. Also gar ein offenes Cabrio sehr weicher als die sportliche und präzise Härte, die jetzt eine Limousine hat. Aber ich hatte immer mein ganzes Leben nur Cabrios gefahren. Und das war dann in diesem Projekt. Und das Projekt lief dann. Und dann gab es natürlich immer, wie sind die Differenzierungen. Klar, das war ja wichtig in so einer Wettbewerbssituation, wie man die Technischen und Design. Und da bin ich ab und zu zum Piech auf dem Flur. Und dann hat er die Fotos gesehen, weil er konnte nicht immer da, wo wir gearbeitet haben, hin. Und dann hat er dann seine Striche gemacht. So machen wir das Heckleuchteweise noch ganz genau, tiefer oder höher. Und dann gab es zum Abschlusstermin, gab es noch ein Gespräch mit den Bereichsleitern oder so, saß ich dann auch als Designer da drin. Und dann hat Piech ganz genau gesagt, welche Kombinationen von Getriebe, Motor und Teilen er will, damit Ford Nisi nicht so schnell nachbauen kann. Und dann, der kannte jedes Getriebe, jeden Motor und hat gesagt, in Kassel liegen noch welche. Oder Kassel, Ersatzteil, also Produktion. Da macht es. Und dann auf einmal hieß es ja, die bauen keine Autos mehr in Portugal, Autolatina. Set to Bell, oder das ist, glaube ich, war das das Werk. Es war irgendwie, wie heißt es, Lieferketten. Es gab gleichzeitig zu diesem Meeting ein Lieferkettenproblem mit Kabelbäumen. Weil ein Manager, der da zuständig war, sagt, wir bauen zur Zeit eh keine Autos. Weil hat der Piech gesagt, gib mal das Telefon, gib mal den, wie heißt der von, der Chef von Siemens, der... Pira, von Pira, oder? Ja, hat er zu einem seinem Manager gesagt, gib mal den Pira ans Telefon. Siemens-CEO? Ja. Weil der hat die Kabel geliefert. Ach so, okay. Pira, wie ist das mit den Kabelbäumen? Sollen wir heute noch zusammen nach Portugal fliegen, oder schaffen Sie es ohne mich? Aha, Sie schaffen es auch ohne mich. Und dann gab es wieder Kabelbäumen. So war das. Und in diesem Meeting, das war so augenöffnend. Der kannte, oder kennt, kannte historisch jede Schraube. Und hat genau die technische Spezifikation von den Autos beschrieben über die Jahre, die die gebaut werden. So, dass der Volkswagen immer ein Vorteil war. Und das ist halt Management. Wissen. Und nicht rumzampeln, wie heute viele machen. Durchgängig. Und dann wurde das so gemacht. Und dann gab es die zwei Autos. Oder Alhambra gab es ja dann auch nochmal einen Facelift. Aber präzise Scharan, ja. Und der war eigentlich sehr schwierig, weil die Form sehr generisch war. Da was draus zu machen. Wir haben halt die Kanten geschärft. Was ging, in die Türen konnte man nicht gehen, weil die kosten ja viel Geld. Aber wie gesagt, das Front, die Fronthaube haben wir bekommen. Und die Kotflügel und die Stoßfänger. Und vor allem die schönen Leuchten. Da hat er uns Heckleuchte. Und da hat er es nochmal gut gelebt. Und James Hope, der ist einer davon, den habe ich nachher wieder bei KOROS getroffen. KOROS war ja eine Partnerfirma zwischen Cherry und Israel Corporation. Und Cherry hat den neuen Chefdesigner gesucht. Und dann hat der Chef von Cherry, den haben wir dann, hat man ja fast jeden Tag getroffen. Guck dir mal den an. Wir suchen auch einen ausländischen Designchef. Die wollten dann alle Langnase haben. Sogar eine Langnase ohne Haare. Und dann habe ich den James Hope hier in München im Bayerischen Hof, im siebten Stock getroffen, zum Interview. Der kam von Köln. Dickkopf, aber ein guter Designer. Und der ist dann Chefdesigner von Cherry geworden, nachdem wir bei Volkswagen schon dieses Scharanen-Projekt gemacht haben. Sie sind dann kurz zu Mitsubishi, aber das waren nur zwei Jahre. Drei Jahre. Drei Jahre. Wie immer, dann kamen natürlich diese Headhunter. Diese Headhunter, da haben wir an ihnen ein Geld verdient. Das ist ja Wahnsinn. Hoffentlich nicht so, aber ich glaube schon. Und da gab es Angebot zu Mitsubishi. Da hatte ich schon ein paar Mal Gespräche mit Mitsubishi. Mich hatte immer diese, es gab ja dann eine Zeit, wo die ganzen Japaner in Europa Designstudios aufgemacht haben. Toyota in Brüssel und dann später in Südfrankreich, Mazda. Die ganzen Ford-Freunde sind nach Mazda-Oberursel gegangen. Mitsubishi hatte ja schon lange eins. Da kannte ich auch gut den Pressesprecher von Mitsubishi damals. Mit dem habe ich Segelflug gemacht. Also so war die Szene klein. Und dann kam dieses Angebot von einem Headhunter. Ich bin da hingegangen. Und da ist, glaube ich, gerade der Chefdesigner, die Langnase ist da gegangen. Die Japaner waren ja noch da. Meins kannte ich ja. Ich konnte wieder in meine alte Wohnung. Die Heike kannte ich noch. Und dann habe ich dann dreieinhalb Jahre, oder so, ich weiß gar nicht, wie lange das war, war ich bei Mitsubishi. Und die hatten ja das Netcar-Werk. Und mit Pininfarina haben wir den einen Jeep gemacht, den kleinen. Das waren die Aufgaben. Und das war praktisch das europäische Büro für japanische Entwicklung. Die Entwicklungen wurden in Japan gemacht. Charisma Facelift wurde vor meiner Zeit gemacht, was eigentlich ein schönes Auto war. Und Volvo und Mitsubishi haben ja dann in Helmond selbe Werk betrieben, war ich oft dort. Und bei Lieferanten natürlich alles, was hier umgebaut worden ist. Aber das waren eher Autos für den europäischen Markt. Nein, nur Autos für den europäischen Markt. Ich glaube schon, ich habe nie exportiert. Weil die haben ja japanische Produkte gehabt. Das weiß ich nicht, Rechtslenker, ob sie Rechtslenker, Linkslenker, unterschiedlich. Die haben ja auch nur den Charisma gebaut in Europa. Da wurde ja nicht mehr gebaut. Größere Sachen. Galant und so kamen ja aus Japan. Aber interessant ist, dass in Helmond wurde später der Mini gebaut. Also demselben Werk, wo wir den Charisma gebaut haben, wurde dann der, glaube ich, Mini Countryman gebaut. Ah, okay. Später. Aber da war ich schon weg. Das ist ja ein Staatsunternehmen. Das Helmond ist ja staatlich finanziert, dass Holland auch eine Autoproduktion hat. Nachdem DAF ja ausgefallen ist, einmal sei Autoproduzent und die Lastwagenmarke wurde ja auch nach Amerika verkauft. Gibt es noch aber in Eidhofen, wo die sitzen. Und dann war ich dort und da haben wir Vorschläge gemacht für Galant und für Colt. Colt war ja recht erfolgreich. Da gab es auch immer schöne und hässliche, ja, sage ich mal. Vor allem gab es immer sehr unterschiedliche. Das war, ich habe das ja mit den Japanern besprochen und die haben gesagt, ja, wir können immer eins gut und dann machen wir ein schlechtes. Machen wir ein gutes, also nicht schlecht, aber anders. Das heißt, man hält das nicht so bei wie Golf zum Beispiel, die Designlinie. Nein, es ist nicht die chinesisch-japanische, asiatische Kultur ist es nicht. Dieser Historismus, dass man praktisch kontinuierlich evolutionären Produkte entwickelt. Für diesen Auto nur ein Produkt. Beim Galant gab es zwei Autos, die haben Naka Nishi gemacht. Das war dann mein Chef danach. Der hat den Galant gemacht, den ich auch, der so wie BMW aussah. Und der Vorgänger, Galant, der Nachfolger, die waren, die waren sich ähnlich. Also da konnte man eine Evolution sehen. Aber das war meiner Meinung nach das eine. Pacero oder so wurde auch nicht viel weitergeführt. Obwohl das Pacero ja praktisch eine Ikone hat. Führende, das Pacero steht ja für eine Produktkategorie. Die Geländewagen, also Toyota Land Cruiser, Range Rover, Mercedes G. Aber Pacero war Pferdehändler und was weiß ich alles. Gut, aber auch die gibt es ja noch. Aber man hat es aufgegeben, stimmt. An den Sachen habe ich dort gearbeitet. Und was natürlich die Aufgabe dann für den Europachef war, wobei es natürlich, deshalb wurde es da hauptsächlich eingestellt, nach Japan zu fliegen, die dortigen Entwürfe zu bewerten, die für den Weltmarkt sind. Warum? Asiatische und hauptsächlich japanische Kultur ist keine Streit- und Kritikkultur. Das heißt, da kann kein Vorstand sagen, es gefällt mir nicht. Dann müsste er ja praktisch den Designchef entlassen. Sondern da nutzt man Leute, hat man Leute genutzt, so wie mich. Ich durfte ja, mir hatte man jede Kritik erlaubt, weil das sind ja die bösen Weißen, sind ja so aggressiv. Die sagen, das sieht scheiße aus oder das sieht gut aus oder ich möchte das oder das. Also das war also eine meiner Haupttätigkeiten in Japan, nicht zu entwerfen dort, sondern die dortigen Projekte zu betrachten, zu beurteilen. Keine Gegenvorschläge zu machen, weil das hätte dann nicht der Designchef vielleicht das Gesicht gekostet. Also nicht gerade, was meinem Charakter entspricht, politisch korrekt durch die Welt zu laufen. Aber das war im Prinzip, der hat die meiste Arbeit bezogen. Wir haben immer Entwürfe gemacht, die wurden dann auch mit eingebaut dort. Aber immer so, dass ich nicht im Konflikt war mit mir selbst. Dass ich nicht in eine Auswahl oder in eine Kritik fallen müsste, wo meine, oder unsere, die ich nicht meine, sondern die hat ja Mitarbeiter, gute, war ein super Team. Und dann natürlich auch die ganze Farbgestaltung, Grafikgestaltung, Felgen. Viele Mitsubishis wurden ja Harbour-Build, die sind dann von Japan nach Bremerhaft gekommen. Und dort wurden sie komplett umgebaut auf Felgen, auf Stoßfänger und auf Sportpakete. Das heißt, das haben entweder wir entworfen oder die hat die Marketing- und Verkaufsabteilung, die dort einen sehr starken Rang hatte, die haben die spezifiziert. Die wussten ja, welche Autos sie wo verkaufen konnten. Und so gab es relativ schöne Mitsubishis, der Galant, ich fuhr einen Galant-Kompi, der so einem 5a ähnlich sah, weil Nakanishi 5a BMW mochte. Er hat heute immer, ich bin ja noch in Kontakt mit ihm im Facebook. Und dann wurden die umgebaut. Da wurde halt dann viel weggeschmissen. Verschrottet, ich meine, die kamen mit Rädern aus Japan und die Felgen kamen. Polmann Design, weiß ich nicht, Designbüros, die man kennt, haben dann diese Anbausätze gemacht. Stoßfänger weg, neuer drauf. Also aufwendig, aber halt marktspezifisch. Und so war mein Umfeld von Mitsubishi. Und dann war ich mal in, hatte ich auch ein Jobangebot von Johnson Controls, auch wie der Headhunter, man sollte mit denen gar nicht sprechen. Das geht mir auch nicht fremd. Für Johnson Controls. Und ich war auf dem Genfer Salon mit meinen japanischen Kollegen. Und da kamen dann auch japanische Kollegen von Japan, vom Büro vom Hauptquo-Hackborder. Und das waren dann viele. Und dann laufen die in Gruppen durch die Messe und gucken sich alles an, nach Plan. Also organisiert wie jedes Produkt wird da gezeichnet. Und das ist ja gar nicht meins. Diese Umzüge, auch Mercedes hat das sehr stark gemacht. Sacco lief vorher und die Vorstände hinterher und dann hat er denen die Autos erklärt. Das habe ich so bei anderen Marken, ich persönlich, nicht erlebt. Ich weiß jetzt auch nicht warum. Aber das war dort bei Mitsubishi so. Auf jeden Fall waren wir da im Hotel, Hotel Moritz oder so, direkt am Café de Paris. Es hat geschifft und geregnet. Und dann hieß es, wir gehen Abend essen. Nichts reserviert. Zwölf oder dreizehn Kollegen aus Trebur und Japan. Ach, die wilde Wand, die wilde Wand. Wenn du jetzt da losgehst, musst du ein Restaurant suchen. In Genf am Pressetag, aussichtslos. Und dann läufst du durch den Regen, ich bin rundherum, ich entschuldige, mir geht es nicht gut. Ich bleibe im Hotel. Die finden eh, was zu essen ist. Da habe ich keine Angst gehabt. Ich habe mich also nicht schlecht gefühlt. Bin aufs Zimmer, habe Fernseher angeschaltet, draußen habe ich geschifft. Aber Hunger hast du doch. Hunger hast du doch. Runtergegangen, Café de Paris war ja der Platz, wo man sich in Genf getroffen hat. Und ja, jedes Jahr erlang, wo die Designer saßen, wo man, wo es nur ein Essen gibt. Entrecot, Café de Paris mit Pommes. War voll. Und war auch keiner drin, den ich kannte, wo ich mich dazu hätte quetschen können. Und dann bin ich weitergelaufen und dann war da ein mexikanisches Lokal. Es ist zwar kulturpanausig in Genf, mexikanisch zu essen, aber da bin ich dann rein. Da saß Chris Bengel. Allein am Tisch, hatte schon gegessen. Der Tisch war abgeräumt. Wir haben ja zuerst einen Platz, ja. Und wir kannten uns ja schon lange. Ja, eben, genau. Dann habe ich gesagt, ich habe ein Angebot von Johnson Controls, das mit Mitsubishi. Dann bin ich wieder in Düsseldorf. Also der Vorteil wäre gewesen, ich hatte eine Freundin in Düsseldorf. Ich hatte eine Wohnung, ich hatte einen Sohn. Johnson Controls ist um die Ecke. Geld. Ist dann egal. War eh gut. Beim Lieferanten war ich ja schon mal. Was meinst du? Also als Freund, wer hat es von Klasse? Er sagte, Gerd, du brauchst nicht Johnson Controls. Wir haben einen Job für dich. Wir suchen was für Mini. Mini holen wir zurück nach München. Damals war ja Mini noch bei Rova angesiedelt. Und das Design kam zwar aus München teilweise. Das hat Frank Stephenson gemacht. Und der war dort abgestellt. Und das wurde dann in England entworfen. Das Interium. Das ganze Projekt war ja dort. Habe ich mich gefreut. Es ist ja eine einfache Entscheidung. Wieder zum BMW zurück. Riskanteste. Super Chef. Der hat mir immer geholfen. Also auch wieder eins dieser Glücksfälle im Leben, muss ich sagen. War immer sehr, sehr großzügig. Und so verblieben wir. Und dann gab es auch mal ein, ich glaube ein erstes Gespräch, Personalabteilung. Und dann eben, das war im März. Genf ist ja im März. Und im Juni schalte ich das Fernseher an. Rova wurde verkauft. BMW trennt sich von allen Rova-Marken. Auch Mini. Also Job weg. Also Job weg. Und das hatte Chris auch gesagt. Jetzt haben wir den Mini verkauft. Das brauchen wir dich ja nicht mehr. Ja. Das ist halt so, ich hatte ja einen Job. Und dann, glaube ich, drei oder vier Wochen später, war wieder Nachrichten. Ich habe damals noch Nachrichten geguckt. Heute lasse ich das lieber. Rova wurde für einen Euro verkauft. Aber die Marke Mini wird behalten. Aber ich hatte schon bei Johnson Controls unterschrieben gearbeitet. Da hatten Sie schon unterschrieben? Ja. Klar, weil der Job war ja weg. Aber die Zwischenzeit waren zwei Monate. Ja, das war nicht, das waren drei, vier Monate. Aber ich hatte schon unterschrieben, war schon da. Also shit. Also Chris hat, der Job war wieder da. Ich habe auch mit Chris gesprochen. Es gab auch die Personalabteilung und so. Aber ich war dann dort. Und war natürlich hin und her gerissen. Und dann bin ich eines Morgens zur Arbeit gefahren. Ich weiß noch, wie heute. Ich habe den Chris angerufen. Ist der Job noch da? Da sage ich, bis morgen. Gerade er wollte natürlich auch nicht so hin und her wackeln mit mir. Ja, klar. Bis morgen. Ich bin zur Arbeit gefahren. Habe eine Reise gebucht nach München für den nächsten Tag. Und war am neuen Personalbüro und unterschrieben. Und dann war ich so. Die Härten gibt es natürlich auch. Also diese Unwägbarkeiten des Lebens. Pech, Glück und Glück und Pech. Also alles zusammen. Und dann fing ich glaube ich am 1. Januar 2000. Genau das neue Jahrtausend fing mit Mini an. Und zwar nicht in München. Sondern es war die Detroit Motor Show. Wo der Mini für Amerika vorgestellt worden ist. Und ich bin dann am 7. Januar 2000 von Düsseldorf direkt nach Detroit geflogen. Das war mein erster Arbeitstag bei BMW. War nicht in München, sondern war in Detroit. Koffer weg. Alles was in Detroit so passiert, wenn es schneeht. Und ich nur in Jeans und Pullover, stinkig da waren. Und da war Kalbfeld noch bei BMW. Und da sagte Gerd oder Hildebrandt. Damals haben wir uns noch nicht getan. Am ersten Tag. Ja, kauf dir was. Bezahlen dir das. Und dann bin ich da im Renaissance Center in so einen Laden gegangen. Und habe mir zu lange. Da hat man noch Kürzen und so. Aber die machen das in Amerika ist das ja einfacher mit Kürzen. Die machen ja alle. Und dann hatte ich einen Anzug. Und dann war ich bei BMW. So ist ja ganz geil. Aber der Mini war schon fertig Design. Sie waren General Manager Mini Design. Das war die Aufgabe. Oder das war der... Also im Prinzip war ja das Thema komplizierter. Der Mini war entwickelt und designt. Also von BMW aber auch mit dem englischen Hintergrund. Das sollte da ja produziert werden. Und Interio Design und alles. Rover hatte ja eine eigene große Designabteilung. Eine gute eigentlich. Aber das Auto war nicht fertig. Nachdem sich ja BMW von Rover getrennt hat und Mini behalten hat, wurden ja die ganzen Werkzeuge, das war ja alles schon vorbereitet. Die wurden noch nicht produziert. Das lief erst im Land. Mitte 2000 wurden die auf den Markt geschmissen. Also wurde dann nach Oxford. Das Werk hat man behalten. Und hat dann das alles. Der Dies war das damals. Der war Werksleiter. Der hat in der Nacht und Nebelaktion mit Lastwagen haben sie die ganzen Zirkus. Alles war ja verkauft. Und was mini-spezifisch war, hat er dies dann mit einem Lastwagen nach Oxford schicken lassen und hat das Werk aufgebaut. Das war ja eine halbe Ruine. Das war halt eine englische Fabrik. Aus der Gründerzeit oder was weiß ich. Das Auto war zwar fertig im Entwurf, aber was halt gefehlt hat, dieser Piechfaktor. Dort ein Clip, dort eine Leiste, dort Qualität. Und dann, ich habe ja den Chris gefragt, an diesem mexikanischen Lokal, du hast doch genug Designer. Wieso brauchst du mich? Weil du das kannst. Dieses tiefer gehen. Dass da noch ein Clip hingehört und dass da noch eine Verbindung hingehört. Und du siehst, ob die Linie läuft. Oder machst du das noch? Und ich habe anderes zu tun. Ich brauche jemanden, der das macht. Nicht aus Freundschaft. Und ich brauche jemanden, der das Ding jetzt rettet. Weil das hat er ja dann bekommen, nachdem Mini wieder zurückkam. Aus der Europa-Masse. War das ja sein Auftrag. Er war ja Markenchef für alle Marken. Und das muss man auch mal sehen. Er ist verantwortlich für Mini, BMW und Rolls, Rolls und Motorrad. Er hat eine Riesenaufgabe und tolle Sachen gemacht. Also die Kritik, ich habe es ja gesehen auch. Beim Reitzle, der ihn da ein bisschen kritisiert hat. Nummer eins hat er ihn eingestellt, ist er selbst schuld. Und Nummer zwei ist es falsch. Und Nummer drei hat er recht, natürlich ist er ein Motivierer. Aber ist auch ein guter Designer. Und hat eine richtige Entscheidung getroffen, indem er sich den richtigen Mann geholt hat. Der dann zehn Jahre sogar ausgehalten hat. Das war mal der längste Arbeitszeit. Der längste Job von ihm, ja genau. Zusammenhängende Job. Volkswagen war zusammenhängend acht Jahre. Nur meine Kindheit war länger. Und dann fing eben, dieses ganze Projektmanagement wurde ja auch von England geholt. Das heißt also, nicht nur die Designphase war pending, sondern auch die ganze Entwicklungsleute, waren alles zusammengewürfelte Leute. Und das hat mir Spaß gemacht. Dann war da so ein Haufen von Cowboys, die dann Tag und Nacht dieses Auto gemacht haben. Also Produktion. Wir sind ja dann, diese rote Fliegerbombe, oft nach Oxford geflogen. Morgens um fünf, München, mit dem Werk, da gab es einen extra Flieger. War voll. Nach Oxford auf so einem Militärflugplatz. Da standen dann die Herkules und die ganzen Falkenpompers rum. Und da durften wir landen. Und dann sind wir mit dem Bus ins Werk. Und haben praktisch hands-on aus einem guten Auto, ein sehr gutes Auto gemacht. Das Design hat der Frank Steffensen gemacht, im Exterieur. War fertig. Der war mit beteiligt. Der flog auch immer mit. Aber der war jetzt nicht dieser Pinkelige wie ich, sondern der war das fürs Große, fürs Grobe. Muss es auch geben. Das wäre mir mir gebührt. Und dann haben wir den zum Laufen gebracht. Und das war eine super Erfahrung. Auch wieder Cowboy. Auch wieder so wie Golf. Oder wie alle meine Projekte. Also wie viele Projekte, die im Leben halt passieren. Mach was. Und das Wichtige war immer, das Vertrauen der Vorgesetzten und Kollegen. Das war nicht immer reibungslos. Aber das ist eigentlich die Basis für solche Sachen. Und ich wollte natürlich immer gleich ein neues Auto bauen. Das Alter war ja fertig. Mein Traum war immer, ich möchte meinen eigenen Roadster fahren. Englische Autos sind eigentlich zweisitzig und offen. Ja. Und dann habe ich zwar meine Pflicht erfüllt, aber sofort angefangen im Keller, U-Boot heißt es bei BMW, zu schnitzen. Ein C3-Verdeck. Eine Rohkarosse. Eine Skizze. Eine Werkstatt. Wie bei Volkswagen wieder. Leute zusammengeführt. Ich hatte zwei Mitarbeiter. Mein erster Tag im Büro war, das war eine Abstellkammer von Rolls-Royce mit dem Markus Syring. Super Designer. Er hat mir immer den Arsch gerettet. Und einer Designerin, Jeannette Ohlhäuser. Und die Frau von Tim Pilsbury, den ich bei Volkswagen hatte und den ich nachher bei Coros hatte. Und den Praktikanten. Und in dieser Abstellkammer. Und daraus haben wir ein Imperium gebaut. Glück. Ja, ein Glück. BMW hat da schon neue Gebäude gebaut. Baut ja immer. Und dann haben wir dann, glaube ich, zwei Jahre oder anderthalb Jahre später im Superbüro bekommen. Meine Sekretärin habe ich geteilt mit dem Nieden Cameron, der Chefdesigner von Rolls-Royce. Wir waren ja die kleinen Firmen. Wir hatten ja nur ein Auto. Also ein Mini und ein Rolls-Royce. Und da reichte eine Sekretärin. Frau Limmer hieß die, glaube ich. Und das haben wir, dann haben wir angefangen. Und dann sofort angefangen mit dem Roadster. Roadster brauchen wir nicht. Wir haben ja einen Z3. Der Z4 kam wir dann. Dieser Mini-Roadster hat mich zehn Jahre lang begleitet mit Tränen, Hoch- und Tiefs. Und wurde danach gebaut, als es ging. Das ist ein Kammer. Aber der Mini, ich meine, das ist die Marke, was, wenn Sie gerade sagen, es fing mit einem Modell an, mit dem Mini. Wie Sie das ausdehnen konnten. Und das ist ja also Pace-Man, Club-Man, Coupé, Roadster. Das ist alles im Keller. Alles war, was wir da gebaut haben. Countryman. Das war kein Programm. Das heißt, natürlich gibt es immer, also man muss sich nicht vorstellen, dass eine Industrie draußen Pläne hat, aber immer andere bekommt. Weil die Umstände ändern sich. Die Leute, die an der Verantwortung sind, Vorstände ändern sich, Marketing ändert sich, Kunde ändert sich, Corona kommt, Klima kommt, was weiß ich. Ja, klar. Wichtig war ja, man wollte den Mini haben. Deshalb hat man nie aus der Rover Maße rausgeholt. Auch um ein Frontantriebsauto im Paket zu haben. Und natürlich auch um die CO2-Vorschriften, die immer strenger wurden, als Flottenverbrauch zu haben. Also war das einfach schon mal eine strategische Entscheidung. Und dann natürlich hat man gehofft, auch normale Zuwächse. Was weiß ich. Wie bei BMW sind dann auch 1,6 Millionen oder was, Jahresproduktion. Damals waren wir bei 800.000. Davon waren 300.000 Minis geplant. Wurde noch nicht gebaut. Und es gibt halt für gewisse Autos nur eine gewisse Anzahl von Kunden. Gewisse Autos kannst du nicht beliebig ausdehnen. Da musst du es halt über Differenzierung machen von Produkten und in andere Segmente gehen. Und meine Idee war halt immer der Rotscher 2-Sitzer. Da wurde ich immer mit aufgezogen. Auf dem Flur von Marketingleuten ist dein Rotscher schon fertig. Was macht der ein Rotscher? Da hast du ein Rotscher schon verkauft. Aber wir hatten einen. Also wir haben einen gebaut, auch heimlich. Also Chris hat das dann gewusst. Der hat ja auch Budget oder so. Aber wenn du dort in so einer Firma bist, sind ja viele Dinge eh da. Die Werkstatt ist da. Die Teile sind da. Leute, die was machen wollen. Die Leute wollen ja generell arbeiten. Wenn einer eine Idee hat, ist es besser, als wenn einer keiner hat. Also helfen wir ihm. Und so haben wir das Erste geworden. Auf der Basis vom Ersten. Aber dann kam dann das Mini-Caprio-Projekt. Es gab diesen Dachhersteller, der diese Idee hatte, von diesem Faltdach mit dem Schiebedach kombiniert. Ich weiß jetzt nicht, wer dieses Konzept hatte. Und möglicherweise hat er dieses Verdeck allen anderen Autoherstellern auch angeboten. Aber es hatten viele schon Verdecke, Cabrios. Und es war kompliziert. Dieses Verdeck ist ja hochkomplex. Ja, klar. Vom Kosten und von... Aber hat natürlich ein unique selling point. Diese Schiebedach-Funktion und auch dieses Verschwinden klein in einem kurzen Hedgeback, in einer Polo-Größe, Mini-Größe, hat es auch Package-Vorteile. Auf jeden Fall, da gab es diesen... Mini hat es dann übernommen, natürlich, weil auch dort die Projektleitung mehr Produkte wolle. Und Cabrio passt natürlich auch markenspezifisch, kundenkreismäßig zu Mädchen-Auto, sage ich mal. Ja, ja, klar. Wenn man das so despektierlich sagen darf. Und dann gab es dieses Auto, das gab dann als Prototyp und das hatte einen Überrollbügel. Also es gab ein Auto, das wurde gebaut, gebastelt von einem Hersteller, von diesem Verdeck und zusammen wahrscheinlich mit der Entwicklungsabteilung von BMW. Und dann gab es eine Testfahrt in Aschheim, Testgelände. Und ich kannte das Auto ja schon. Und nachdem ich ja schon die Sache mit dem Golf Henkel-Caprio hatte, weil ich ja einen Käfer gekauft habe und keinen Henkel gab, war dann schon wieder, ja. Und dann bin ich nach Düsseldorf gefahren, wo ich ja meine Wohnung hatte und habe meinen Caprio, Käfer-Caprio geholt zur Testfahrt. Also es war eine Vergleichsfahrt mit allen Caprios in der Klasse. Was es da gab, Peugeot. Und alle hatten diese Bügel. Und der Mini hatte auch einen Stahlrohrbügel, weil natürlich das für die Struktur und für die Dachabstützung und für die Sicherheit hilfreich ist. Nur das hat jeder. Nur mein Käfer hat es nicht. Und dann habe ich einfach die Leute einsteigen lassen im Stehen. Also ich habe praktisch mein Privatauto ins Hess-Gelände gefahren, ja. Mein rotes Käfer-Caprio. Und habe den Leuten nur gezeigt, wie man einsteigt ohne Bügel. Brauchst du nämlich nicht bütten. Ein viertüriges Caprio ohne Bügel, Holzreuths-Konisch und Käfer-Caprio. Und dann, ja, haben die alle verstanden, aber wie löst man? Du hast ja ein Überrollschutz-Problem. Du musst ja die vier Passagiere beim Überschlag in den Käfig halten. Und dadurch hat er diese großen Höcker im Hintersitz. Das war halt der Kompromiss. Die schlechteste von den besten Lösungen, nämlich kein Bügel, aber ein Überrollschutz. Und der hat, ist ja auch ikonenhaft geworden. Die Chromdeckel von der Klappe, weil die gingen ja nach hinten auf, wie beim alten Mini, wie beim Original. Das hat ja auch Hemniszenzen beim Mini. Und dann gab es den ohne Überrollbügel. Und beim Audi A1 Cabrio haben die dann diese Höcker auch gemacht. Klar, weil es natürlich die erstbilligste Lösung ist und die beste Lösung für nicht Überrollbügel. Und Überrollbügel sind seither obsolet. Und in der zweiten Generation gab es dann das Rausschießende. BMW, der drei. Erzähl, das er auch immer gemacht hat. Genau. Ihr Klasse. Ich glaube, mit BMW hat es beim Cabrio zum ersten Mal entwickelt, dass die aus der Kopfstütze rausschießen. Und dieses System hatten wir ja im Konzern. Group heißt es ja. Konzern ist auch so ein Group, das ist BMW. Die rausschießenden Heckstützen. Dadurch konntest du die Bügel hinten in den Kopfstützen versenken, kleiner machen. Und dann hast du dieselbe Lösung. Und es gibt schon drei. Und die nächste Generation hat das ja auch. den hat meine Tochter. Wer hätte das gedacht, dass ihr Käfer Cabrio dafür sorgt, dass der Mini keinen Bügel hatte? Ich weiß nicht, die Zigonis und Porsche waren ja Kontrahenten auch in den Konzepten. Die haben ja genau zwei unterschiedliche Konzepte gemacht und sich da auch bekriegt im geistigen Sinne. Ja, weil es beides waren ja Ideologen, Technologie-Ideologen. Und das hat eigentlich diese charaktervollen Autos möglich gemacht. Denn ohne Ideologie kein Charakter. Das stimmt. Der Rotzer kam dann am Ende, nachdem wir ja drei Generationen entworfen haben. Dasselbe war ja dann auch mit Countryman und der Clubman war noch eine interessante Geschichte. Wir hatten den Mini zweit, die zweite Generation dann fertig. und da hatten wir drei Modelle. Da hatten wir Modelle übrig, weil wir hatten ja dann Varianten angeboten für die Vorstände. Und dann habe ich gesagt, wir brauchen einen Kombi. Und der Markus Züring hat dann den ersten Clubman entworfen. Ein historisches Volk. Der hat einfach Heck verlängert und die Clubbühne hinten dran und Ratsch verstanden. Und als wir dann die Vorstandspräsentation hatten für die Gesichter, wir hatten drei One Cooper Cooper S. Gesichter. Dafür hatten wir drei Modelle. Aber hinten waren die alle gleich. Aber bei einem haben wir diesen Clubman dran gebastelt. Nebenher. Und den haben wir abgedeckt. In der Psychologie, wenn du was abdeckst, heben die Leute es auf. Und der Kalbfeld war so neugierig. Und da habe ich mich gut verstanden. Das ist leider auch bei einem Motorrad und Glück gestorben. Was ist denn das? Das machen wir. So schnell, wie der Clubman entschieden worden ist, ist mir noch nie ein Auto durchgerutscht. Bei einem Roadster habe ich dann zehn Jahre gelitten. Und der hat das Auto gesehen und da kam der Clubman. Der wurde dann verlängert. Man hat auch ein größeres Auto gehabt. Und diese Tür, Patent, kriege ich heute noch Geld dafür, weil es beim E3 auch dieselbe Tür gibt. Nein, hinten die Seitentür. Ach so, dass das Ding gibt, der Komfortanstieg. Ja, der Komfortanstieg. Man muss den Türen tanken, das Auto dürfte ja nichts kosten. Das Teuerste war die Tür und die Leuchten und die Scharniere da hinten. Aber sonst war das ja vorne gleich. Also das schönste Auto, muss ich sagen. Countryman haben wir dann auch gemacht. War dann auf einmal eine Kooperation mit Peugeot wollte man zuerst haben. Da blieb dann auch der Motor hängen für den Countryman. Und das war eigentlich auch, meiner Meinung nach, das schönste Auto, das ich gemacht habe, wenn ich das heute sehe. so einen weißen oder silbernen Countryman noch super geputzt als Vierradantrieb und Cooper S. Das war dann die Viertürige. Der Sündenfall von Mini praktisch, weil es gab ja noch nie Viertürige. Und ein Riesenauto damals, optisch, wenn man es neben ein andere kleine Auto stellt. Heute ist es ein kleines Auto. Heute fällt es nicht mehr auf. Und das war auch eine super Zusammenarbeit. Mit Magna wurde ja bei Magna entwickelt. Wir haben auch bei Chujaro dann den Clubman technische Entwicklung. Wir haben sehr viel extern gearbeitet, effizient. Zwar auf Kosten der Reisetätigkeit der einzelnen Mitarbeiter, aber doch effizient, wo Kapazitäten waren. Damals gab es ja nicht so viel übermäßige Kapazitäten in den Firmen. Wie finden Sie das denn, dass der Mini von Generation zu Generation wieder größer wird? Hätten Sie den gerne so klein noch weiter? Also es ist leider bei allen Fahrzeugen passiert auch beim Golf oder so. Wenn du heute einen Golf 3 siehst, der war ja schon groß gegenüber dem Golf 1. Was für ein kleines Auto ist der auf der Autobahn? Da kriegst du Angst, was der eine totfährt oder rüberfährt, rüberrollt. Es scheint eine natürliche Entwicklung, weil die Gesetze und die Ansprüche und die Komponenten und die Ansprüche von den Kunden wachsen und die gesetzlichen Vorgaben wachsen. Marketing sagt, das Auto muss immer fünf Zentimeter größer sein als Vorgäng ist natürlich falsch. Man könnte auch mal sagen, wir machen jetzt dasselbe Auto, aber fünf Zentimeter kleiner und bieten dir weniger Gewicht und weniger Garagenplatz und selbst wenn ich heute mit einem 1er BMW parke, ist im Parkhaus der Parkplatz ist ja viel zu klein schon. Ich kann sagen, mit Autos gar nicht mehr in Tiefgaragen fahren. Das war eigentlich diese Geschichte der Countryman. Da kann ich jetzt meine eigene Meinung haben, aber sie sind halt jetzt so groß. Wir hatten ja mit dem Spaceman einen kleinen Mini nochmal gemacht. Das war auch eines meiner letzten Projekte. Dass man nochmal einen kleinen Mini macht, 3,55 Meter. Das ist ungefähr die kleinste Größe, die ein Auto hat. Das man vier Sitze und technisch runterbringt. Wird heute schwierig, Batterien brauchen viel Platz. Die Autos werden so groß, weil man von der Batterieleistung ausgeht. Also kleine Batterieautos fahren halt nicht weit. Oder diese ganze Crash-Struktur-Geschichte. Ja, das kommt dazu, aber meiner Meinung nach ist der wichtigste Entwicklungsgrund, der negative Entwicklungsgrund, dass die Autos so groß sind, Ideen, die Ideen oder auch die Mini vielleicht, oder eigentlich alle Autos. Weil die alle jetzt für Batterie ausgelegt werden und wahrscheinlich für 500 oder 600 Kilometer Reichweite, dann kannst du das ganz einfach herausrechnen, wie groß eine Batterie sein muss. Breite, Höhe, Leistung und dann hast du die großen Autos. Und das Gewicht, natürlich, die Batterien sind auch schwer, weil die werden nie leer, der Tank wird irgendwann mal leer. Und 40 Liter in einem großen, kleinen oder mittleren Auto sind 40 Liter. Und dann kann der über gleich hinfahren. Aber ich glaube, der Treiber für diese übergroßen Autos und dann auch Reifen ist die Last, die Größe der Batterien, die Leistungsbatterien und das bestimmt die Größe der Autos und nicht der Wunsch des Kunden nach einem kleinen Auto wie in Yaris oder Volkswagen ab in Super Auto. Wird alles wegsterben. Der kleine Smart. Ja, Smart, genau. Also das sind die Gründe, wieso die Autos so groß werden. Und dann natürlich auch Mark , ich glaube, Mini und BMW E1er teilen sich heute auch Plattformen. Ich fahre ja ein Mini, obwohl ich ein BMW 1er fahre, weil die Antriebsstrangen werden der gleiche sein. Aber lange Rede, kurzer Sinn, nochmal zum Roadster, das ist mein Lieblingsprojekt, dann am Ende ist er doch gekommen, weil irgendwann brauchte Oxford Stück zahlen. Brauchten 120.000 Autos, weil Produzierer oder Werksleiter sagen, ich habe die Kapazitäten, das muss ich bauen, aber die Stückzahl von einem alten Auto nimmt natürlich ab, wir müssen da noch eine Lücke füllen. Und da war dann meine Lücke. Nach zehn Jahren war da die Lücke, wie kriegt ich 120.000 Autos. Und dann der Rotster hat aber keine 120.000 Autos gebracht. Weil das ja ein Nischenmarkt. Dann machen mal ein Coupé und Rotster. Selber Auto, mit Dach und ohne Dach. Und zu Geltung. Ich habe immer noch keins. Ich habe nie Autos gefahren oder gekauft, an denen ich selbst mit gearbeitet habe. Ich glaube keins. Weil die sind ja dann schon vier oder fünf Jahre alt. Man hat ja schon was Neues. Ja, aber jetzt kann man rückblickend sagen, wäre das doch toll so was zu fahren. Ja, aber ich habe zwei Käfer. Ja, gut, das stimmt. Mini und die Mutter fährt ein Mini und die Mutter von der Autos Also wir haben so viele Autos zu Hause Ich brauche keine Autos und ich muss das nicht in Massen haben. Schön wäre es schon, aber ich glaube das Coupé ist halt das schönere Auto, der Mini Coupé mit seiner Fliegenden Decke. Aber wo soll es nein, kann ja meine Autos gar nicht fahren. Das muss bis jetzt mache es nicht unbedingt glücklich. Wenn ich sie sehe, bin ich immer froh zu haben. Lassen Sie uns nochmal auf die chinesischen Jahre kommen. Chorus, was war das für eine Herausforderung? Auch wieder Zufall. Ich war ja dann schon 58. Da fängt immer die Diskussion über Vorruhstand und jetzt bist du schon zehn Jahre hier und was machst du jetzt und so weiter. Klar die Diskussion gab es und ich hatte einen Freund von BMW der bei McKinsey war und der hat über Magna Magna hat ja damals an Chorus gearbeitet wusste ich alles nicht das war alles sehr geheim und der kannte mich gut und er sagt du Gerd ich der reiste israeli mit seinem bruder zusammen der hat geld investiert und der kannte den der idan ofer kannte den steinwascher und der idan ofer als israelischer geldinvestor wollte in china in die autoindustrie einsteigen was richtig war nur zu früh oder nicht lange ausgehalten aber was richtig war dann hat er den steinwascher kannte er durch gespräche als piech hat ja mal in israel magnesium gekauft und das war der besitzer der magnesium minen ist idan ofer und die verhandlungen hat steinwascher geführt und die kannten sich und so hat der idan den steinwascher angerufen machst du mir das geschäft und dann natürlich steinwascher kannte das autogeschäft er war chef von volkswagen amerika und hat auch bei den produkten mitgesprochen beim käfer beim new beetle und so weiter also hat sich das wiederholt und dann war er dort und der kannte das autogeschäft und hat dann gesagt marketing und business plan lasse ich von mckinsey machen entwicklung von magna und design von schuchero ganz klassisch so kann man autos bauen man braucht nichts eigenes gibt entwicklung magna kann autos entwickeln dann hat er natürlich auch mit lackier die ganzen türl lackiererei fabrik bau du kannst alles kaufen muss nichts selbst machen und das kannte stein marscher super chef gewesen ital design hat er die autos entwerfen also ital design hat die koros entworfen eine limousine hatchback und SUV also eine marke mit drei produkten ganz logisch partner war cherry 50 50 jetzt aber ital design wurde dann gekauft von pich von volkswagen volkswagen hat ital design 2009 oder 10 gekauft weil der pich hat gesagt ich möchte keinen hier haben der für chinesen autos baut der hat die gefahr der chinesischen auto industrie erkannt dann kaufe ich zu chau wir arbeiten eh für uns dann ist das so ein außen studio wie in kalifornien oder in spanien wo was war dazu gemacht worden ist oder in Potsdam oder das gab ja immer wieder außen studios und dann hat der ital design gekauft und hat gesagt alle chinesen verträge laufen aus keine chinesen mehr meine firma volkswagen chujaro war schon älter der hat dann mit seinem sohn sich selbstständig gemacht hat chujaro design gegründet der war 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 noch da als ich kam und dann hatte der steinwascher kein design mehr das lief ja aus und das interesse ihm jetzt das auto das nicht fertig war fertig zu machen hatte keiner mehr weder der chujaro der noch ein halbes jahr da in der firma war über ganz zeit noch volkswagen die das eh nicht wollten die idee vom steinwascher war teil und herrsche mckinzi macht marketing vorbereitung magna macht die entwicklung und ital design macht das design hätte man auch zusammen machen können in einer firma aber er hat es richtig gemacht es ist ihm nur ein zahn rausgebrochen das design und das wusste mein freund martin stahl und hat mich angerufen er sucht auf dem flug zurück hat mir der stahl war er sucht jetzt design weiß nicht was er machen soll mit ital design er hat dann meine adresse weitergegeben und mein lebenslauf und dann bin ich einmal nach china geflogen habe eine präsentation gemacht und dann sind wir abends am bunt bin zurück irgendwo im dezember war dann die kündigung bei bmb weihnachtsfeier und am ersten januar habe ich dann in china angefangen hatten sie immer so kurze kündigungs nein das war schon alles vorbereitet der prozess war schon die katze im sack ich konnte parallel was natürlich ein risiko ist parallel zu fahren aber so war das dann dass ich das eine sauber auslaufen lassen konnte und ohne sperrfrist ist ja das problem deshalb musste ich ja nichts versprechen was ich nicht halten kann das heißt das diffizile ist natürlich dass keiner schwätzt oder dass jeder froh ist dass es so ist das kann es ja auch geben und dann bin ich am ersten oder am 7 januar nicht nach china geflogen sondern zu italdesign und zu Magna dann haben wir das Auto alles was hier war konsolidiert weil Design Chef gab es ja nicht mehr italdesign hatte keine Lust mehr von Volkswagen wurde einer bei italdesign eingesetzt den ich gewohnt 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 nachher ja dann später aber erst mal die ganze Entwicklung war ja das Auto war nicht fertig die technische Entwicklung und das Design war nicht fertig gar nichts also alle haben gearbeitet es gab Prototypen es gab freigegebene Daten aber wie immer wollte ich natürlich alles besser machen interessant ist ja dass ich dreimal und ich achte Chujaro vom Designer es ist eigentlich ein Held dreimal im Wettbewerb gegen ihn gewonnen habe beim Golf 3 beim Seat Toledo Leon und beim Coros da sind wir nicht kramt er hat genug Autos gebaut und wir vertragen uns gut super und das auch sein Sohn und dann haben wir das ganze Zeugs das bei Ital Design war nach Graz geschickt dort habe ich Räume bekommen Leute eingestellt und Praktikanten und Magna war Designer gegeben von sich Philipp Eber zum Beispiel der Projektleiter wurde und den ich dann auch hier eingestellt hatte hat man Glück wenn man auch die richtigen Leute trifft und dort haben wir dann in der Tag und Nacht eine gute die Autos begonnen die Löhre geholt und der Steinwascher hat mir großzügig das denken habe ich vorher schon erkannt in den Gesprächen und da haben wir ein paar Mal telefoniert also das war alles easy also wie normal sag ich mal bei BMW war oder bei Mini war ich auch da und in Graz und in Ital Design sein ich bin ja von Dezember bei BMW raus Mini und am Januar in dieselben Gebäude wieder rein weil diese Industrie ist halt so strukturiert deshalb darf man sich mit keinem verscherzen das stimmt das ist ein guter Tipp wie war denn die chinesische Kultur für Sie oder wie hat das gewirkt als wir nach China gegangen sind gut das muss man dazu sagen Shanghai ist eine China das gibt schon andere Orte dann wenn man nach Chengdu geht oder Ningbo oder so oder auch selbst Peking Shanghai ist natürlich die die Mega City der Welt heute das New York von heute München ist ein Kaff dagegen der Luxus der mich da und der dann auch noch gewachsen ist in der Zeit mit Gebäuden mit Hotels mit Geld mit hübsche Frauen nette Leute die ziehen sich alle gut an mit der Disziplin mit der Sauberkeit gibt sicher in China andere Orte plus Koros war auch nicht chinesisch es war eine chinesische rechtliche Firma aber der Steinwasch hat sich alle Leute geholt die Erfahrung hatten und woanders vielleicht nicht weiter kamen das heißt Schweden wir hatten viele Leute von Volvo von England weil dort die Industrie in der Zeit zusammengebrochen ist Volvo Saab Leute hatten wir die dort auf einmal arbeitslos waren aus England und der kannte die Leute und die Personalfrau kannte die auch und man kennt ja die Industrie und da gab es ja sowieso einen Rand nach China sind ja noch mehrere Volkswagen war ja auch dort und deshalb waren ein Großteil meiner Kollegen waren weiße die Fabrik stand ja noch gar nicht McKinsey war noch drin mit Kollegen und so war das sehr international mein Design Team war dann relativ schnell chinesisch weil die Chinesen haben einen sehr hohen Stolz dass sie an einer guten Adresse arbeiten wollten auch stand was hat die richtig gemacht IFC die Adresse IFC in Shanghai ist die erste Adresse wo es gibt da beim Fernsehturm International Financial Center diese zwei Hochhäuser dort willst du arbeiten als chinesischer Mitarbeiter wenn du das einem Freund sagt ich arbeite im IFC da waren HSBC die großen Banken waren alle dort drin wir hatten ein Stockwerk nachher zwei teuer aber die Adresse war richtig nicht billig im Hinterhof und dann haben sich alle beworben und so kam ich zu meinen Designern die Hildebrand kennen ja die jungen chinesen kennen alle Menschen also alle in ihrem berufswelt wichtigen die lesen und machen und tun und dann haben sich alle beworben also alle nicht aber viele beworben und so war das relativ schnell ein Team 30 Designer und dann halt extern auch externe Leute die kann man so Modelleure oder so Kass Elias oder so 3D-Modelleure sind oftmals Freiberufler die nicht sich anstellen lassen wollen die dann flexibler sind und auch die Stundensätze nicht versteuern müssen und so die Freiberuflichkeit ist auch in China steuerlich begünstigt zahlst nur 10% wir haben auch 40% Steuern bezahlt also die Steuerlast ist ähnlich wie hier und dann fing ich auch in einem Büro an also ich dann hier konsolidiert hatte Magna lief da waren es 5 oder 6 am Anfang die mir Magna geliehen hatte natürlich bezahlt weil die liefen dann auf dieses Budget von Koros die sie hatten als Entwicklung dann war halt Entwicklung und Design in einem Gebäude und was was für Modelle sollten sie anfänglich entwickeln also Koros 3 und 5 also praktisch eine Stufenheck Limousine und ein SUV also das klassische und die hat der Schucharo ja schon entwickelt gehabt aber natürlich Marketing wollte dann für den Hatchback einen kürzeren Radstand also alles so Dinge die teuer sind und nur zur Differenzierung und nichts helfen da habe ich dann konsolidiert mit selben Radstand selben Türen das ging dann alles viel schneller also mein Wissen hat dann auch dann natürlich zum Glück habe ich da ja Erfahrung gehabt und die wurden alle drei entwickelt und gebaut und produziert und dann wurde die Firma verkauft und dann ist sie beendet worden die Firma wurde an einen Immobilien Konzern verkauft weil die Immobilien Branche war eine Blase und wurde von der Regierung auch kritisch betrachtet was passiert dort also mussten sich die dachten sich oder haben viele von diesen Immobilien Firmen sich noch ein zweites Standbein gemacht zum Beispiel unsere die uns gekauft hat dann bin ich dann aber weg gegangen hat gesagt wir hatten Immobilien chinaweit und die hatte noch eine Leasing Firma aus Finanzbank und Versicherung wenn wir das Auto dazu haben können wir Autohändler leasen und wir haben alles in einer Hand und wir verließen nur weil das war dann der Fehlgedanke da wir Leasing machen machen wir nur Leasing das war verliebt und dann geleased hat dann keiner weil der Chinese würde auch am liebsten Eigentum besitzen hat in der Zeit wo ist aufstrebende Zeit und dann haben die das gekauft und haben daraus dann ist dann nicht geleased worden und dann ist nichts mehr gebaut worden und wenn du jetzt noch in Google guckst stehen da die ganzen Autos auf der Halte das war ist eigentlich traurig aber es ist halt der Struckle for life Kultur Darwinismus oder Design Darwinismus da gab es ja hunderte von Firmen wie bei die haben wir damals belächelt Volksbank kauft jetzt Xpain also man sieht ja auch das ist eine Riese die japaner haben es geschafft die koreaner haben es geschafft und die chinesen sind zehn oder zwanzig mal größer als japaner und koreaner zusammen wieso sollen die es nicht schaffen chinesische autofirmen haben hier überall schon showrooms ja natürlich allein die abnahmemengen im eigenen land sind immens das merkt ja vor wie schmerzhaft aber vor allem haben sie natürlich eins sie haben den absoluten Willen der herrschaft die wollen ihre kulturscharten aus dem kolonialzeit ausbetzen diese erniedrigung vom letzten angefangenen jahrhundert tot der kaiserin oder die kaiserreiche abgeschafft die kolonialzeit opium krieg das haben die nicht vergessen und jetzt haben sie die macht und dann haben sie die kulturrevolution und die ganzen kriege die der weltkrieg der jahre zerstört hat mit japanern dann die kulturrevolution der große lange marsch der große sprung mit der ganzen abholzung der welt die haben viele fehler gemacht unter mao und dann haben sie es konsolidiert und wohlstand wohlstand bedeutet freiheit hoffe ich also meine leute haben sie jetzt nicht diktatorisch bestimmt gefühlt und das ist eigentlich die motivation die uns fehlt heute deshalb zerfällt alles wir hier in deutsche firmen in amerika und nur 11 milliarden hier faktor 12 selbst das ist ein stolz faktor hat dass die kämpfe dafür dass sie diese automobile herrschaft haben wollen das werden die einfach weil sie sich als ziel gesetzt haben bekommen nicht weil sie besser sind oder anders sondern man muss sich ziele setzen und das ist ihr ziel das werden sie leider oder zum glück schaffen weiß es nicht aber meine kollegen die bei mir gearbeitet haben von anderen abteilungen die sind niederlassungsleiter in indonesien werksleiter in thailand ostasien haben die schon im sack deutschland da können die drumherum verkaufen also das ostasiatische was wir so als pacific rim oder indopazifischen geopolitischen raum bezeichnen und dann noch zwei verrostete fragatten hinschicken zum bewachen von der taiwanstraße die kaufen sich das die kollegen ich beneide sie alle dass diese noch so jung sind und das machen können machen das die thailand fabrik way es ist durch also zehn jahre und dann ist es oder fünf welches war ihre lieblingsstation immer die letzte ich meine da hat man natürlich die längste oder die größte erinnerung dran aber sagen wir mal natürlich je weiter es weg ist je schöner erinnert man sich dran wenn man jung ist das privatleben auch noch wichtig bei opel fing man morgens um sechs an und sind um drei nach hause es gab keine flexible arbeitszeit sondern da musstest du um drei nach hause da hattest du dann auch freizeit die gefangenschaft der flexiblen arbeitszeit ist eine katastrophe zur selbst ausbeutung ich hatte um drei sind wir mit meiner freundin ins rheingau gefahren mit cabrio und das ist halt eine schöne zeit gewesen und bei opel habe ich gelernt ich war unschuldig ich habe das alles geglaubt und gelernt was es da gab und jeden Tag gab es was neues und damals war opel und ford diese design häuser der welt überhaupt die haben das ja erfunden amerikanische styling erfindung und es war perfekt organisiert war gut bezahlt damals weil es gab kaum designer ich war einer der wenigen die es damals gab heute ist es anders und es war eine mangelware und das war von der zeit her sicher die schönste weil es am langsten weg ist und prägend war natürlich der Travellerjet weil das 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 erste Auto war das ich in unschuld gemacht habe und alles machen durfte ohne dass ich wusste wie schwierig das war sondern es einfach gemacht und sicherlich von der Prägung ist natürlich Chorus das sind meine Autos da kann ich vielleicht ganz ehrlich behaupten habe ich gemacht wobei ich das nicht sagen sollte weil es auch ein Team war aber bei allen anderen Autos war es natürlich schon in Strukturen wo auch andere Einfluss genommen haben und deshalb ist sicherlich die bestimmte Designsprache obwohl Chucharo schon vorgearbeitet haben die Türen übernehmen müssen sind diese Chorus Modelle auf jeden Fall Chorus 5 das war der SUV der wurde von Scratch gemacht also das war ein Auto was wir hier in München gemacht haben wir hatten ja hier im Büro in München deshalb konnte ich immer hin und her fliegen also ich habe dann die Hornkarte gehabt in schwarz da ist mir eigentlich egal aber so war halt die Fliegerei und da wir in Deutschland und die Lieferanten von uns waren natürlich auch alles europäische Lieferanten Bosch Siemens McKinsey Magna oder so das wurde das ist ja ein weltweit umspannendes Familie von Autobauern die jetzt alle auch nach China müssen oder gezwungen wurden auch schon zu meiner Zeit dort entsprechende Abteilung aufzumachen sonst klingst dort die Geschäfte nicht die mussten alle Gründungen machen genau Kooperation eigentlich Kooperation die jetzt gibt es glaube Tesla hat schon ein 100% Eigentum aber damals war das alles 50 50 und dadurch hast die immer mit einen Wettbewerber Konkurrenten Gegner Feind mit aufgebaut der immer mit Wissen abgreift und Arbeitsweisen und so die haben gute Unis die Leute die hatte als Mitarbeiter waren alle super ausgebildet wir müssen zu meiner letzten Frage gekommen die letzten 50 Liter Sprit in welchem Auto und auf welcher Strecke würden sie die verfahren Sie haben ja meinen Bericht in Automotosport gelesen wo würde ich die letzten 50 Kilometer also auf jeden Fall mit meinem Käfer Caprio Erstbesitz 79 das hat dieses Auto verdient ich würde damit auch von Inzlingen über den Schwarzwald zum Schauensland hoch fahren das sind noch keine 50 Liter und dann so hoch fahren dass ich dann noch mal 50 Kilometer im Leerlauf runterrollen kann dann habe ich aus 50 Liter 100 Liter gemacht das Maximum rausgeholt noch ein bisschen Elektroauto Feeling um in die neue Zeit zu gehen Elektroauto haben wir auch gearbeitet bei Koros haben wir auch schon Elektroautos gemacht der Eitan Of hatte ja auch Better Place der war auch immer die Idee und Mini E war ja auch von Uli Kranz das erste Project I Projekt wo es ja auch Mini E gab jetzt gibt es ja in Serie aber damals die ersten 500 oder 1000 Minis da haben wir auch den Finger drin gezwungen wir haben einfach uns reingezwungen es wollte keiner das Designer dann so ein Projekt betreuen weil es ja teuer dann wenn du nur 100 Auto baust dann Motorabdeckung Felgen Farbe Grafik Stecker unser erster Projekt bei Mini war das Wasserstoff Mini für 2001 9-11 2001 am Tag der Bombardierung von World Trade Center war die IAA und an dem Tag hat BMW den Siebener Wasserstoff vorgestellt und auch einen Mini Wasserstoff ich glaube der war technisch nicht umgebaut aber grafisch hatten wir damals schon den Tank Einfüllstutzen von den Siebener übernommen die Grafik drumherum weil wir haben es rundet das Ganze ab 50 Liter Sprit oder 10 Kilo Wasserstoff das war auch das erste Projekt mit das erste Projekt bei Mini diesen Wasserstoff Mini zu machen der dann leider unglücklicherweise zu diesem 9-11 vorgestellt wurde und untergegangen ist in den ganzen Nachrichten in den Nachfolgen während der ganzen Kriege die daraus entstanden sind die Welt hat sich von da an dramatisch verändert das hat man damals gemerkt und leiden heute noch drunter die zu Dank das ist wirklich ein ganz buntes facettenreiches Berufsleben was sie da erlebt haben oder erleben durften und ja toll dass sie so viel heute von erzählt haben vielen Dank bedanke mich selbst und bei allen die mir auf diesem Weg geholfen haben das war Gerd Volker Hildebrandt und ihr habt vielleicht gemerkt dass meine letzte 50 Liter Frage etwas plötzlich kam leider war die Zeit am Ende und mein üblicher zwei Stunden Puffer nach hinten raus war auch komplett aufgebraucht aber manchmal ist das so Falls ihr immer noch nicht genug von meinem Gast habt dann empfehle erschienen allerdings kann man es nur noch gebraucht mit Glück finden ich habe noch eins bekommen aber ich gebe zu da lief vorab auch kein Podcast mit diesem sympathischen Autoren und ich drücke euch die Daumen dass ihr vielleicht noch eines bekommt und falls ihr eines haben solltet und es jetzt auf meinen Tipp hin verkaufen wollt macht es bitte nicht zu teuer habe ich alles schon erlebt bis nächste Woche bleibt gesund Infos Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de